Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 337. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der noch schweigsame Herr Basti. Gude und Grüße. Und der wahrscheinlich total übermüdete Herr Dennis. Ja, servus, hallo und ja, ist er auf jeden Fall. Der Marvin, der arbeitet noch an der Technik. Irgendwie haben wir es vorher nicht zum Laufen gekriegt. Der macht jetzt hier den drölfzigsten Neustart des Computers. Mal gucken, ob wir den gleich hier noch irgendwie dazukriegen. Wir haben schon gesagt, ansonsten muss er uns einfach das Ganze immer per WhatsApp schicken und wir müssen es hier mit verstellter Stimme vorlesen. Das könnten wir auch noch probieren. Wir haben heute wieder so ein relativ volles Programm. Wir wollen reden über Bremen. Dann tun sich ganz viele Dinge mit so Transfergerüchten. Es gab eine Jahreshauptversammlung, wo Marvin eigentlich ganz viel zu erzählen wollte. Vielleicht kriegen wir das gleich noch irgendwie unter. Dann haben wir einen kommenden Gegner. Wir haben Dummschwätzer. Wir haben noch keine Empfehlungen. Vielleicht kommen da noch welche und wir haben auf jeden Fall eine gute Tat der Woche. Also ihr merkt schon. Volles Programm. Ja, also setzt euch hin. Genießt und mal gucken, ob wir den dieswöchigen 390-Rekord am Ende brechen können oder nicht. Wir arbeiten hier nochmals dran. Dann lassen wir uns nochmal anfangen mit dem Rückblick auf das Spiel gegen Bremen am vergangenen Samstag 1830. Es war für die Uhrzeit eigentlich schon ein recht ordentliches Fußballspiel. Wie habt ihr das bei Fußball 2000 gesagt? So für den Unbeteiligten war das eine ordentlich anzusehende Partie. Aus Eintracht-Fansicht muss ich sagen, hat mich das Ding schon schwer genervt. Ganz ehrlich. Wie war denn so eure Wahrnehmung da, Dennis? Also da gehe ich voll mit dir auf jeden Fall. Insbesondere, finde ich, haben wir uns wieder unglaublich schwer getan, ins Spiel reinzukommen. Auch unsere Innenverteidigung leider, was wir ja letzte Woche auch schon gesagt haben, war wieder so ein bisschen die Schlüsselstelle. Insbesondere auch Fayette, meine Güte, der Junge hat leider kein Bundesliga-Format. Und so wird es natürlich schwierig. Auch die Außenverteidiger sind meiner Meinung nach gar nicht so richtig ins Spiel gekommen. Welche Außenverteidiger? Die Nominellen oder die, die auf der Position gespielt haben? Also da sprichst du schon was Richtiges an. Es kam einfach gar nichts. Und auch ein Rote hat meiner Meinung nach kein gutes Spiel gemacht. Und dann fehlt es natürlich. Und wenn du dann natürlich am Ende mit einem 2-2 aus dieser Nummer rausgehst, ist es natürlich schon sowas, wo du dann doch wieder zufrieden sein musst. Und die Situation, da kommen wir ja gleich noch zu, du hättest ja auch am Ende noch gewinnen können etc. Also es ist schon so eine Sache, im Großen und Ganzen muss man zufrieden sein mit dem 2-2. Ich habe nur ein bisschen Magenschmerzen, wie einfach der Verlauf des Spiels war. Also was mir sehr massiv aufgefallen ist, also erstmal fangen wir vielleicht anders an. Verlet in der Startaufstellung, weil er, so wurde es gesagt, im Training überzeugt hat. Rätselfrage ist jetzt so ein bisschen, hat Hütter das gemacht, weil er wirklich überzeugt hat? Hat Hütter es gemacht, weil er zeigen wollte nach dem Motto, ey, da ist irgendwie so ein bisschen Handlungsbedarf? Oder hat Hütter das gemacht, weil man ihm gesagt hat, von wegen, ey, da gibt es einen Verein, der ist prinzipiell interessiert an dem Kerl, stell den mal auf. Das ist ja so ein bisschen jetzt irgendwie die Frage. Also alles außer die erste Antwort wäre ja katastrophal, wenn es wäre, um zu zeigen, wir haben da nur Luschen hinten drin in Anführungszeichen und wir müssen da nachlegen. Das sollte doch bitte nicht auf dem Platz und gerade bei so einem wichtigen Spiel gegen Bremen geklärt werden. Und auf der anderen Seite auch die Situation ins Schaufenster stellen. Das kannst du machen, wenn du im Endeffekt hier 3-0 führst in Bremen, dann wächst es den meinetwegen gerne ein. Aber so, das kann eigentlich nur daran gelegen haben, er hat offensichtlich Indika eventuell mal eine Pause gönnen wollen. Das ist noch für mich eine Entschuldigung. Oder Indika war vielleicht auch ein bisschen angeschlagen, die Trainingsleistung. Es ist immer schwierig, was wird dann wirklich propagiert, was wird erzählt. Denn jeder hat ja gesehen, eigentlich an jeder gefährlichen Szene, die Bremen auf den Platz gebracht hat, war eigentlich Fayette wirklich eine ausschlaggebende Position, der einfach nicht ins Spiel gekommen ist. Und bei den Korn, brauche ich euch nichts zu sagen, war auch bei beiden Situationen total krass, wie schwach er da doch verteidigt hat. Aber da war er ja nicht der Einzige. Also ich glaube auch, dass die taktische Einstellung an der Stelle nicht richtig war. Was mir sehr stark aufgefallen ist, ist, dass die Abwehrspieler Hasebe in der Mitte so ein bisschen zurückgefallen. Und dann hattest du einen sehr offensiv stehenden Fayette, aber auch Abraham, die in so einem sehr breiten, aber sehr flachen Dreieck wirklich mit Fayette und Abraham an der Außenlinie gestanden haben. Also da, wo eigentlich die Außenverteidiger sind. Dadurch hast du riesige Lücken da hinten. Und Abraham ist zwar nicht der Langsamste, aber Fayette ist halt auch irgendwie auf 100 Meter vielleicht auch nur, ja, eine Viertelstunde nach mir kommt er wahrscheinlich ins Ziel. Und ich bin dann kein, kein, äh, ausgelobter, ähm, Sprinter. Also das verstehe ich nicht. In dieser taktischen Aufstellung die beiden auf der Position so offensiv da stehen zu lassen. Und ganz ehrlich, die haben ja nicht von alleine da gestanden, sondern das war ja dann auch irgendwo so ein Stück weit Taktik, die Adi Hütter mitgegeben hat, an den Stellen da unterwegs zu sein. Sonst hätte er sie ja zurückgepfiffen. Und das verstehe ich nicht, da diese Lücken so groß aufzumachen, wenn du da eben diese vielleicht für einen Marathon geeigneten, aber nicht für einen Sprint geeigneten Abwehrspieler hast. Also fand ich risikoreich. Und das war aus meiner Sicht auch ein Großteil dessen, warum wir diese Tore kassiert haben, weil wir halt einfach offen waren wie sonst was da hinten. Ich finde Fayette, um den auch nochmal ein bisschen anzusprechen, also so ganz krass, dass er im Fokus stand, war auch nicht verdient. Also das war das gesamte Defensivkonstrukt, was so ein bisschen da reingespielt hat. Aber es zeigt dann halt natürlich, wenn du so ein wackeliges Defensivsystem dann hast, weil Rode ist noch nicht mit der Mannschaft zusammen gewesen lange, dann fällt Fernandes aus und de Guzman spielt, der eigentlich jetzt auch kein reiner Sechser ist, den du eigentlich brauchst. Das hat nicht funktioniert mit den beiden da. Ja, und dann kommen natürlich, dann werden so Schwächen von einzelnen Spielern natürlich nochmal viel deutlicher gezeigt. Das ändert aber nichts daran, dass diese Schwächen da sind. Denn Fayette verhält sich sehr, sehr oft ungeschickt. Der steht oft, manchmal dreht er sogar seinem Gegner den Rücken zu. Also das lernst du schon in der E-Jugend, dass du das nicht machen sollst, weil du dann einfach diesen Übertrag nicht mehr hinkriegst, damit du ihn wieder siehst. Und das dauert halt bei ihm lange, weil ihr habt es angesprochen, der ist jetzt auch nicht der Handlungsschnellste. Was bei Fayette, glaube ich, das Ding ist, ich glaube, Indica ist ein junger Spieler und ich glaube, das ist ganz normal, dass so ein junger Spieler, der echt, müssen wir sagen, von 0 auf 100 hier gestartet ist, dass der in den Loch fällt, ist, glaube ich, normal. Wir haben es alle nicht gesehen. Vielleicht war das so, vielleicht war irgendwas, was wir nicht wissen. Und dann ist trotzdem Fayette die erste Wahl, gerade wenn Salcedo verkauft wird. Und es ist jetzt noch kein Neuer da, wir werden später vielleicht darüber sprechen, dass jetzt ein Neuer da ist, aber zu dem Zeitpunkt war kein Neuer da. Das heißt, Fayette ist der erste, wo du sagst, okay, ich gebe dem jungen Kerl eine Chance. Stimmt. Und ich glaube, was bei Fayette ein bisschen trügerisch ist, dass er wichtig für die Mannschaft ist und dass er, glaube ich, dann im Training auch wahrscheinlich wirklich kämpferisch überzeugt, weil wir können ja Fayette keine Einstellung absprechen. Also Fayette ist bemüht. Nee, das definitiv nicht. Also der geht mit voller Einstellung da rein. Ja, wir hören dich mal. Yeah. Hi. Die Stimme der Jugend. Alter, keine Ahnung. Ich schließe nur den Gedanken ab. Ganz kurz mit Fayette. Fayette ist ein guter Typ. Ich glaube, der wird dann im Training auch mal die eine oder andere gute Leistung zeigen, weil kämpferisch ist er 1A, von der Einstellung her stimmt. Aber wie gesagt, wenn man dann merkt im Spiel, das Defensivkonzept passt nicht zusammen, dann werden solche Schwächen von einzelnen Spielern halt nochmal deutlicher gezeigt. Anders als, und wir erinnern uns an Spiele zu Hause gegen Rom zum Beispiel, wo wirklich alles gut funktioniert hat, da wird das halt nicht offensichtlich. Und gerade in so einem Spiel, wo eine Mannschaft wie Bremen, die auch echt gut gespielt hat, da wird es halt deutlich und bestätigt halt auch tatsächlich Marvin und mich, ehrlich gesagt, Ich glaube, hier haben es sogar alle gesagt, dass wir nicht mit Russ und Fayette als Innenverteidiger 3 und 4 in die Rückrunde gehen können, wenn, und jetzt kommt's, wenn wir uns wieder für die europäischen Wettbewerbe qualifizieren wollen. Und da möchte ich, bevor Marvin dran kommt, ganz kurz einhaken an die beiden anderen Herrschaften von Fußball 2000, so nach dem Motto, Niemand hat in der Hinrunde gesagt, dass wir nicht mit Russ und Fayette, doch wir sagen es seit Anfang der Hinrunde, uns hört nur keiner zu. Naja, es gibt ja schon 5.000 bis 6.000, 7.000, die uns zu hören, insofern alles gar nicht so dramatisch. Ja, das sind die Guten, aber die anderen beiden hören nichts. Hi Marvin. Hi erstmal, sorry, das ist irgendwie, keine Ahnung, schwierige Verbindung, ja, aber keine Ahnung, ich habe jetzt echt ein Reset gemacht und jetzt irgendwie hat es ein bisschen funktioniert, whatever. Ich höre euch, das ist das Wichtigste, ihr hört mich, das ist das Wichtigste. Und zu Fayette würde ich sagen, ja, ich habe auch auf ihm rumgetrampelt, kann man ja mal so sagen, obwohl es viel zu heftig ist. Ich habe einfach nur meine Kritik angebracht, der Typ ist ein super Kerl, ja, und der ist auch trotzdem drei Nummern besser als vieles, was wir vor 5 bis 6 Jahren da haben rumlaufen lassen. Der ist echt eine Ordnung, aber mir geht es doch halt auch einfach nur darum, dass ich mehr Sicherheit haben will, damit wir unsere Ziele, die realistisch scheinen, erreichen. Und dann ist es doch super, für mich ist Fayette ein Spieler, der auf jeden Fall so seine 15 Bundesligaspiele macht pro Saison, ist doch klasse, aber er ist halt nicht derjenige, auf den ich mein Gerüst bauen will. Gerade wenn ich sage, ich gehe mit Rode in die Rückrunde, was ich nett finde, was ich einen super Gedankengang finde, aber der braucht halt auch, der braucht diese Führungskiburen dann auch in der Defensive. Und das muss ineinander fließen und dann ist er, Fayette halt nicht, ich kann immer schwächere und stärkere Spiele haben. Wenn ein Amar Abraham, ein Haseban, ihre Leistungsniveau kommt und ich in der defensiven Mittelfeldposition zwei habe, die sicher sind und das Spiel auch nach vorne treiben, dann ist es gar kein Problem, wenn ich dann sage, okay, verliere ich mich. Und da war er wieder weg. Es ist heute so ein bisschen bei Marvin der Wurm drin. Ja, aber den Gedanken, den Marvin hatte, den Gedanken, den Marvin hatte, das ist ja genau, das fasst es ja zusammen. Wir sind ja auch weit davon entfernt, dass wir uns wirklich auf einzelne Spiele einschießen. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Wir haben immer gesagt, der Fallett ist wichtig für die Kabine. Und als Innenverteidiger Nummer vier lasse ich ihn auch gefallen, weil da kann immer mal zwei, drei Spiele reinkommen. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt sagen, Abraham fällt aus oder Indika hat eine Formschwäche, blablabla, womit man rechnen muss bei so einem jungen Spieler und womit man bei Abraham rechnen muss, weil er immer mal wieder anfällig ist. Es geht nicht, dass du sagst, wir spielen jetzt zehn Spiele hintereinander mit Fallett. Das geht nicht, sorry. Ja, die Situation kann uns jetzt schneller ereilen, als wir gedacht haben. Abraham ist ja dann auch ausgewechselt worden im Spiel. Da kam ja auch Russ rein. Dann hatten wir ja die Kombination, die wir in der letzten Woche gesagt haben, die wir nie sehen wollen. Nämlich Fallett und Russ neben Hasebe auf der Innenverteidiger-Position. Wir haben ja auch gesehen, wie das am Ende, wie wir uns da durchgequält haben, wobei man schon sagen muss, diese Mördergrätsche von Russ da in der Nachspielzeit, die war schon Gold wert. Ja, so Dinger kann er auch raushauen, aber ja. So, und jetzt ist Abraham verletzt. Der Einsatz ist fraglich in der nächsten Woche. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Die andere sagt von wegen, ja, ja, das ist nicht schlimm. Wir wissen alle, was, ja, ja, das ist nicht schlimm, wenn der Vergangenheit bedeutet hat. Drei Monate plus. So, jetzt bin ich wieder da. Da bist du wieder da. Ja, gut, Marvin. Das ist unfassbar. Wo bin ich denn stehen geblieben? Ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde, Fallett ist ein guter Spieler, aber es ist halt nicht der Spieler, an dem wir dir aufrichten können. Ja, das hat Basti dann auch dankenswerterweise ergänzt. Ja, also es ist schwierige Situation. Wir haben noch ein paar Tage auf dem Transfermarkt, aber wir haben, glaube ich, in dem Spiel gegen Bremen ganz anschaulich gesehen, was das bedeutet, wenn wir im Gesamtdefensivkonstruktor, das sind für mich eben nicht nur die Innenverteidiger, sondern da gehört eben auch das Mittelfeld mit dazu, die so ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Da haben wir auch, glaube ich, nochmal ganz klar gesehen, wie wichtig ein Fernandes da momentan im Mittelfeld eigentlich gerade ist und wenn die Offensive nicht so richtig kommt und was man mit zurückarbeitet und was man, wie ich fand, auch ganz gut gesehen hat, war, wir haben ein massives Problem, wenn wir den Spielaufbau nicht über das Mittelfeld machen, sondern wenn ein Abraham gezwungen ist, lange Bälle zu spielen und das da vorne bei den Stürmern irgendwie nicht richtig ankommt. Ich habe manchmal zweimal die Situation gesehen, wo Unjovic signalisiert hat nach dem Motto, ey, nicht hoch und weit, sondern spiel mir den Ball flach in die Füße, damit ich damit was anfangen kann. Die Jungs da vorne waren total überfordert. Da war keine Defensive, kein Spielaufbau. Wir können am Ende froh sein, dass das Ding 2-2 ausgegangen ist, weil ich glaube, Bremen hatte 18 oder 19 Torschüsse, also da war schon ordentlich Stimmung drin. Ja, ich glaube, wir haben es ganz gut eingeordnet und differenziert. Ich glaube, Valette ist nicht der Alleinschuldige, weil bei dem Gegentor beim ersten stehen ja drei auch da drum rum, da waren die alle auch nicht so fit. Abraham hat auch nicht gut gespielt, auch vor seiner Auswechslung. Da kostet er auf rechts auch nicht, kostet es auch nicht. Es war, wie gesagt, Trapp war Gott sei Dank da, Trapp war diesmal sehr, sehr wichtig. Jetzt haben, glaube ich, alle gesehen, warum man ihn geholt hat, einfach, weil er dann so ein Spiel einfach auch einen Punkt retten kann. Aber nichtsdestotrotz sind wir, glaube ich, wir sind keinen Schritt weiter vom Freiburg-Spiel, wo wir auch schon gesagt haben, das war nicht unfassbar gut. Nee, sind wir keinen Schritt weiter, bin ich voll bei dir. Eher, finde ich, die Situation verschärft sich ja. Wenn du jetzt, ihr habt es richtig gesagt, ein Abraham hinten noch eventuell jetzt längere Zeit ausfällt. Und Basti, du hast es genau richtig gesagt, keiner hat was dagegen, wenn Valette mal ein Spiel macht oder auch mal zwei oder auch mal eingewechselt wird. Dafür haben wir ja diese Breite und dann doch auch in Anführungszeichen Qualität im Kader. Aber ich habe keine Lust, dass ich jetzt im nächsten Spiel Dortmund dann hingehe und muss von Anfang an schon mit Valette und Russ in der Innenverteidigung anfangen. Da kriege ich ja eine Krise. Und das ist für mich wirklich ein Problem. Da kommen wir natürlich dann auch gleich nochmal zu den Transfers, die wir jetzt auch schon länger angesprochen haben, die wichtig sind auf der Position. Aber auch eventuell musst du das taktische Mittel dann auch nochmal anpassen. Denn ich fand, René hat das vorhin schön gesagt gehabt, die Formation hat einfach auch zu den Personen auf dem Platz dann nicht mehr gepasst. Du konntest dich irgendwie auch gar nicht auf die Bremer Offensive einstellen. Da waren viel zu viele Lücken. Ihr habt es auch schon gesagt, natürlich bei dem 1-0 darf das nicht passieren, dass er da durch drei Leute durchläuft. Aber allein schon, dass diese Lücken zwischen den Reihen waren, das ist eigentlich dann auch schon was, musst du vielleicht auch dem defensiven Mittelfeld dann doch ein bisschen die Defensivoption mehr beibringen und sagen, Leute, ihr haltet hier hinten sauber, weil unsere Innenverteidiger sind heute nicht so stabil. Und dann hast du vielleicht auch da nicht so diese großen Lücken. Da habe ich ein bisschen Angst, denn Bremen war schon nicht schlecht, aber ich gehe mal davon aus, Dortmund, die nutzen das noch ein bisschen heftiger aus. Und ob wir dann wieder mit so einem unentschieden Glück am Ende rausgehen, ist die andere Frage. Vor allem hast du bei Dortmund auch nochmal zusätzlich den Faktor Geschwindigkeit, die da halt einfach unterwegs sind. Also wenn da so ein Reus da auf links oder auch in der Mitte irgendwie anläuft und ich sehe den im Laufduell mit Vallett, ja, da ist der eine schon in der Kabine, da kommt der andere dann irgendwie am 16er an. Ja, also, wie gesagt, das ist nichts gegen Vallett an sich, aber er ist halt einfach für die Spielweise und für das, wo wir dann da so offensiv stehen, nicht der Spieler, den ich mir an der Stelle wünschen würde. Und wir müssen da auch einfach wieder stärker in das Pressing. Also das war ja auch da gegen Bremen. Das ist genau der Punkt. Hier sprichst du noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Das ist super, dass du es ansprichst, weil das hat mir komplett gefehlt. Wo ist es denn die letzten Tage geblieben? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch noch irgendwie im Trainingslager. Vielleicht haben sie es da irgendwie vergessen. Das war ja auch gegen Freiburg schon eher so Larifari-Pressing, aber gegen Bremen, fand ich, war irgendwie noch weniger. Also ich finde, es war wirklich, wirklich viel zu wenig in der letzten Zeit. Das ist mir bei Freiburg schon aufgefallen. Und jetzt bei Bremen war es total offensichtlich. Und da muss ich die Mannschaft auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Da lässt du unnötig Druckpunkte eigentlich weg. Und das ist ärgerlich, weil da musst du eigentlich viel mehr dabei sein. Das hatte ich doch in der Hinrunde komplett ausgezahlt, oder? Ja, das war unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir halt wirklich in ein starkes Press hingegangen sind. Zum Teil auch mit zwei oder drei Mann, dass wir sie früh angelaufen haben, dass wir sie unter Druck gesetzt haben, um dann auf einen von unseren schnellen Stürmern da irgendwie zu spielen oder eben auf einen Haller, den den Ball da vorne festmachen kann. Aber was hatten wir denn gegen Bremen? Wir hatten Stolperer im Mittelfeld und haben quasi den Ball nach vorne weggestoppt in den Gegenspieler rein. Das hatten wir vor zwei Jahren auch schon mal. Vielleicht, da spricht er nämlich das an eigentlich, was uns in der Hinrunde ja ausgemacht hat, ist dieses frühe Pressing schon ab der Offensivlinie. Heißt eigentlich, Jovic, Jaller und Rebic haben schon, wenn sie gespielt haben natürlich in der Kombination, haben schon ordentlich Druck gemacht. Du hast gemerkt, das ist vielleicht auch was, orientiert euch, schont eure Kräfte. Vielleicht ist es auch so ein taktisches Mittel. Das zieht sich natürlich nach hinten hindurch. Wenn du natürlich vorne schon nicht richtig anläufst, dann haben die im defensiven Mittelfeld auch extreme Probleme, mit diesen Lücken dann wieder zuzulaufen. Oder du läufst viel unnütz, denn natürlich funktioniert ein Pressing auch nur, wenn das Gesamtkollektiv mitläuft. Vielleicht ist es auch ein taktisches Mittel, um einfach nicht um die Saison noch irgendwie über die Bühne zu bringen, weil man hat ja schon gemerkt, am Ende waren sie dann schon auch ganz schön platt. Vielleicht ist das wirklich auch ein taktisches Mittel, da zu sagen, wir machen dieses Pressing nicht von ganz vorne weg. Und wenn du aber nicht von ganz vorne schon anläufst, bringt es eigentlich nichts, die nächsten Reihen dahinter zu verheizen sozusagen. Ich finde es nicht gut. Ich fände es schöner, wenn es wieder Vollgaspressing wäre. Aber wenn es natürlich eventuell nicht funktioniert und die Mannschaft es nicht leisten kann, nur als Gedankengang, kann ja sein, dass da vielleicht auch irgendwie eine Idee von Hütter ist. Ja, aber das will ich ganz ehrlich nicht hoffen. Wir haben jetzt den 20. Spieltag vor uns. Das heißt, bis zum Saisonende kommen noch, also wenn wir den jetzt mal mit reinrechnen, haben wir noch 15 Spieltage plus Minimum zwei Spiele in der EuroLeague. Wenn wir jetzt konditionelle Probleme haben und die Spielweise nicht durchziehen können, ja, dann gute Nacht, Marie. Ich glaube, also ja, auch da müssen wir wirklich ein Stück weit noch zurückdrehen. Das ist jetzt das zweite Spiel gewesen. Wer weiß, es ist noch nicht hundertprozentig alles eingespielt. Auch da gibt es wahrscheinlich noch Nuancen, wo du dran schrauben kannst, damit es besser wird. Wir erkennen das und es ist gut, dass wir das ansprechen. Aber ich würde jetzt noch nicht von einem dauerhaften Konditionsproblem sprechen. Ja, aber wir müssen auch dazu sagen, das waren jetzt die beiden Gegner zum Anfang der Rückrunde, die den leichteren Charakter in Anführungszeichen haben. Ja, aber du kannst ja nicht deine Trainingssteuerung und alle deine ganzen taktischen Mittel, die du implementieren willst, nach dem Spielplan ausrichten. Marvin hat ja recht, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier auch keine elementaren Diskussionen aufmachen, was das Spielsystem betrifft und was die einzelnen Formen und die Gesamtform der Kondition betrifft. Weil ich finde, zwei Spiele sind mir eine zu kleine Stichprobe. Also das ist einfach zu sagen, okay, vielleicht gegen Freiburg, der war vielleicht taktisch irgendwie, vielleicht eine andere Marschroute, vielleicht ist es auch so angelegt, dass wir dann ab dem 27. 28. Spieltag nochmal lospowern können. Also du kannst nicht so durch so eine Saison rennen, das geht nicht. Du kannst jetzt auch nicht sagen, okay, wir rennen uns jetzt bis zum 15. Spieltag komplett die Lunge aus dem Körper und haben dann nichts mehr zu antworten. Genau, das war das, was ich meinte. Also es kann, das wissen wir auch nicht und ich finde trotzdem, dass diese Verantwortlichen in Eintracht im Gegensatz zur Vergangenheit, wo ich fand, dass wir oft früh, aber oft auch zurecht gemeckert haben, wo noch alle noch nicht gemeckert haben, wo wir gesagt haben, ey, da passt es irgendwie nicht, wenn wir uns daran erinnern, wie oft wir irgendwelche Spieler gefordert haben oder wie oft wir gefordert haben, dass was passieren muss, wo es eigentlich noch gut lief. Ich finde, dass die Verantwortlichen jetzt und der Trainer und die Spieler auch sich zumindest da bei uns einen Vertrauensvorschuss verdient haben, zu sagen, okay, selbst wenn wir jetzt die nächsten zwei Spiele verlieren, müssen wir aus der Hinrunde lernen, in dem Sinne, dass da auch erst nach diesen Spielen wirklich das Ruder rumgerissen wird. Ja, das stimmt allerdings. Also wir haben ein Gladbach dann auch noch vorn, das heißt, selbst wenn wir die nächsten drei Spiele nur einen Punkt holen, ist es immer noch nicht an der Zeit zu sagen, boah, die Alarmglocken, Leute. Nein, weil dann muss man halt loslegen, weil dann hast du wirklich Dortmund, Leipzig, eigentlich ist es, finde ich, sogar ganz geil, weil ich bin auch eher im Privatleben auch so ein Typ, ich erledige lieber alles auf einmal, als das so ein bisschen zu verteilen. Wenn ihr überlegt, wir haben Bayern ganz am Ende und wir haben die drei vor uns jetzt direkt hintereinander, dann hast du das alles weg und dann kannst du eine ähnliche Serie wie eine Hinrunde wieder starten und dann hängst du fett vorn drin und das, mir soll es recht sein, wenn es ganz genau so läuft. Da kann ich auch damit leben, wenn wir die nächsten drei Spiele nicht siegreich gestalten, was ich natürlich trotzdem nicht hoffe. Vielleicht ist das Pferd jetzt auch nur so hochgesprungen, wie es musste. Also ich meine, es ist ja auch aus vielerlei Hinsicht, wäre da nicht großartig mehr gegangen in Bremen, weil du gleich mit dem falschen Fuß irgendwie aufgestanden bist. Also Bremen war für mich so ein Spiel, hast du gleich gemerkt, so richtig viel geht hier nicht zusammen und trotzdem hast du noch einen Punkt geholt und hättest vielleicht sogar auch sogar drei Punkte holen müssen. Also wenn wir uns den Elfmeter, die strittige Situation, über die jetzt schon viel geredet wurde, noch mit einberechnen. Und dann hast du trotzdem ein akzeptables Spiel. Ich meine, vor drei Wochen sprechen wir nicht mehr darüber, wie die Leistung war, wenn wir jetzt gegen Dortmund wieder besser auftreten. Also ich meine, es ist gut, dass wir darüber sprechen und es ist gut, dass wir es ansprechen, dass wir da Defizite sehen, aber es kann ja wirklich sein, dass wir den Vibe, den andere irgendwann verlieren, später aufnehmen, um dann eine bessere Runde als in den vergangenen Jahren zu spielen. Klingt sehr gut. Ja. Du hast gerade eben schon diese Elfmeter-Dinger da angesprochen. Es gab ja einen Elfmeter für uns, der, glaube ich, absolut unstrittig war. Ja, Zweikampf, aber am Ende hat der Arm und die Hand da nichts auf dem Ball im Strafraum zu suchen. Von daher, glaube ich, sehr berechtigt gegeben. Was hätte ich mich geärgert? Was hätte ich mich geärgert? Wäre ich ein Prämer gewesen an dem Tag, sorry, ja. Ja, also ist halt auch selten dämlich, solche Aktionen noch irgendwie zu machen, wenn man eigentlich ja weiß, wobei, wie der Video-Assistent-Referee entscheidet, weiß ja keiner so richtig. Also im Zweifelsfall geht es vielleicht auch noch irgendwie als Stürmer-Faul durch, keine Ahnung. Stimmt. Dann hatten wir noch die Geschichte, die zumindestens andiskutiert wurde, die für mich, also für mich persönlich nicht nachvollziehbar war, ob irgendwie Jovic da es dann Elfmeter geben müsste, diese Geschichte, wo da irgendwie, ja, war das jetzt irgendwie der Elfmeter nicht, aber wo Handspiel diskutiert worden ist, ob er jetzt irgendwie mit der Schulter, mit der Schulter, war das Hand, war das nicht Hand? Also fand ich auch so ein bisschen eine sinnfreie Diskussion. Und dann gab es ja noch diese... Also nicht sogar mit Abseits, dass der Haller die Sicht behindert oder sowas? Das war, glaube ich, die Situation. Stimmt, das gab noch die andere Geschichte beim Ausgleich von Rebic, haben sie ja ewig lange danach dann drüber diskutiert, ob Haller irgendwie, weil er im Abseits stand, die Sicht blockiert hat oder den Torwart von Bremen, Pavlenka, habe ich gerade im Namen überlegen müssen, irgendwie abgelenkt hatte. Also ganz ehrlich, wenn ich mir die Wiederholungen anschaue und ich habe es mir mehrmals angeschaut, Pavlenka guckt ganz klar konzentriert auf den ballführenden Spieler. Der hat sicherlich Haller aus dem Augenwinkel gesehen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass der sich in irgendeiner Sekunde da ablenken lässt. Also fand ich auch so ein bisschen müßig, die Diskussion an der Stelle. Ich weiß nicht, wie das eure Wahrnehmung war. Ich weiß auch nicht ganz genau. Selbst Kohfeldt, der wirklich nervig nach dem Spiel war, hat er gesagt, der hätte ihn trotzdem nicht gekriegt. Also da muss man schon mal ein bisschen so die Kirche im Dorf lassen. Das war also, da braucht sich keiner beschweren. Und ich mache die Diskussion jetzt trotzdem nochmal auf. Wir können uns eher beschweren, sorry. Wir können uns eher beschweren, weil egal wie so ein Spiel läuft, am Ende gewinnen wir dieses Spiel 3 zu 2. Weil Haller hätte einen noch eiskalt nochmal so ein Ding reingehauen in die andere Ecke. Dann hätten wir da gewonnen, fertig. Ich finde auch krass, dass selbst Verantwortliche und auch selbst andere Fans teilweise sagen, ja nee, das wäre ja nicht verdient gewesen. Das ist doch scheißegal. Wie oft haben wir Spiele verloren, die unverdient waren. Wir hätten dort wieder gewonnen dann. Wir hätten 3-2 gewonnen, dann hätten wir natürlich Glück gehabt. Aber das ist dann halt so, weil das Spielglück ist dann auch am Ende der Hinrunde ein bisschen verloren gegangen wieder. Das wäre diesmal massiv zurückgekommen. Trotzdem gab es bei Sky, die abschließen, als sie sich das ganz lange angeguckt haben und als Hütter so ungefähr eine Viertelstunde nach dem Spiel interviewt wurde, hat er sich zusammen mit dem Sky-Typ das Bild angeschaut und dann siehst du ganz klar, dass die Hand zum Ball geht. Und dass das auch auf der Strafraumlinie ist, die zum Strafraum geht. War nicht davor, wie es kurz vorher hieß. War nicht davor. Aber hilf mir mal weiter. Aber vielleicht habe ich da auch so ein bisschen was nicht verstanden. Also Situation war, Ball irgendwie in der Luft, Bremer-Spieler mit dem Arm nach vorne, was für mich keine natürliche Bewegung ist, aber vollkommen egal. Er trifft den Ball und das Ding geht weg. So, dann läuft das Spiel weiter, weil keine Unterbrechung. Dann kommt irgendwann die Unterbrechung. Es gibt ganz offensichtlich eine Kommunikation zwischen dem Schiedsrichter und dem Video-Referee mit der Entscheidung dann am Ende war außerhalb des Strafraums. Aber gibt es bei einem Handspiel von außerhalb des Strafraums nicht dann normalerweise zumindest einen Freistoß, den es auch nicht gab? Ja, aber den kannst du nicht per Videobeweis. Also Videobeweis ist nicht für Freistöße da. Ja, aber für Handspiel, oder? Nein. Also du kannst nicht einen Videobeweis anschauen und dann sagen, ah, das ist hier, Freistoß. Das geht nicht. Freistöße gibt es nicht bei Videobeweisen. Ja, aber Ehre in dem? Achso, okay. Du kannst dann nicht sagen, das ist keine klare Fehlentscheidung dann. Das ist dann einfach Freistoß, dann lassen die es weitergelaufen. Das Lustigste wäre einfach gewesen, wenn Bremen ein Tor geschossen hätte, die sich so gefreut hätten und am Ende wäre das Tor nicht gegeben worden. Ja, stimmt. Das wäre dann die erste Spielunterbrechung gewesen. Wie gesagt, aus meiner Meinung nach war es ein klarer Elfmeter. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht so ist. Wir haben jetzt nach Berlin wirklich das Zweite. Ich erwarte jetzt auch ein bisschen vom Fußballgott, dass sich das jetzt mittlerweile irgendwann wieder ausgleichen, weil Berlin war eine ähnliche Szene, wo wir kurz vor Schluss da um einen Punkt betrogen wurden, hier um zwei weitere. Finde ich auf jeden Fall so, weil ich kann ja nicht in meine Berechnung einlaufen lassen, dass die Antracht schlechter war. Nein, das ist halt einfach eine Entscheidung. Und auch die Argumente, ja, wenn ein Foul oder ein Handspiel vor dem Strafraum anfängt, das stimmt auch nicht. Das haben auch viele gesagt. Wenn man in die Regeln schaut, steht drin, wenn ein Foul vorm Strafraum beginnt, der Spieler aber das Foul weiter begeht bis in den Strafraum, gibt es trotzdem Elfmeter. Das heißt, wenn ich anfange, jemanden zu ziehen, der läuft in den Strafraum, ich ziehe den weiter und ziehe den im Strafraum immer noch, gibt es Elfmeter. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man das auf Hand auch übertragen kann, aber nichtsdestotrotz ist es auch müßlich, weil es war auch im Strafraum, beziehungsweise auf der Linie, die zum Strafraum gehört. Ich verstehe auch gar nicht, warum diese Diskussion nicht lauter geführt wurde. Mit was wird dann normalerweise ein absichtliches Handspiel außerhalb des Strafraums geahndet? Ist das nicht eine rote Karte? Nein, das war ja kein absichtliches Handspiel. Also das war ja nicht, dass er den Ball weg, also das war ja trotzdem in der Bewegung, es war trotzdem, hat er sich dadurch einen Vorteil verschafft. Das ist, glaube ich, das, was hier zum Tragen kommt, dass du dir, weil Jobitsch versucht, den Ball ja weg drüber zu spitzeln. Und er verhindert ja mit der Hand, dass das wirklich seinen Weg geht. Das war jetzt keine grobe Absicht, das war in der Bewegung drin. Trotzdem ändert nichts. Das wäre normalerweise ein normaler Freistoß gewesen, aber wenn es außerhalb gewesen wäre und dadurch wird es dann nicht vom Video Assistant Referee sozusagen überstimmt, die Tatsachen entscheiden. So war es aber ein Elfmeter. Fertig. Eigentlich wäre es ein Elfmeter gewesen, genau. Finde ich auch. Naja, gut. Können wir jetzt nicht ändern, wollte ich mal sagen, weil mir das ein bisschen zu leise diskutiert wurde, beziehungsweise hat Kohfeldt ja auch so getan. Flüssig war, dass Bremen am Ende so getan hat, als wenn sie betrogen wurden. Und das fand ich sehr, sehr amüsant. Naja. Naja. Gut. Können wir nicht ändern. Ich glaube, wir können insgesamt mit dem Punkt gut leben. Ja. Insgesamt schon. Trotzdem kann ich mich auch nach dem Spiel einfach darüber ärgern. Es ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, wie das jetzt im Endeffekt so ist. Ich fand es in dem Moment einfach mega unglücklich. Und ja, kann man jetzt darüber streiten, ob es jetzt Einsatz des Referees ist oder ja oder nein. Ich habe mich dann durch die Sky-Berichterstattung auch ein bisschen leiten lassen. Das mag dann auch sein. Aber weiß nicht. Es war dann jetzt auch nicht total traurig. Deswegen habe ich mir die Nachberichterstattung gar nicht angesehen, weil als ich da schon Lothar Matthäus an dem Grinsen, an dem Pult habe stehen sehen, da war bei mir schon alles vorbei. Da habe ich ausgemacht. Also bei Lothar Matthäus habe ich während dem Spiel ganz kurz gedacht, der zieht sich gleich die Hose aus und holt sich einen runter auf Bremen. Also bei beiden. Ja, stimmt. Das war auch. Das ist ein ganz dolles Spiel, ein dolles Spiel vom Trainer. Trainer. Boah, den kann ich ja kaum zuhören. Tragische Gestalt, Lothar Matthäus. Liebe Grüße. Aber du weißt ja nicht, vielleicht Autosuggestion, was er so gemacht hat. Bilder im Kopf. Hilfe. Hilfe. Die Schärfe bringst du doch jetzt rein, René. Oh, mein Gott. Proko Schärfe, Marvin. Naja, mein Bauch. Naja, gut. Keine Insider hier, da kann sonst keiner mit lachen, das ist doof. Gut, haken wir das Spiel damit ab. Am Ende sind wir mehr oder weniger zufrieden mit dem 2 zu 2 und einem Punkt und können uns dann langsam auf die nächsten Gegner vorbereiten. Bevor wir das tun, haben wir hier einen großen Blog, der heißt Transfers und Aktuelles. Und bevor wir zu den Transfergerüchten kommen, wartet auf euch, liebe Hörer und Hörerinnen, jetzt ein ungefähr 90-minütiger Monolog des Herrn Marvin zur Jahreshauptversammlung. Lehnt euch zurück und genießt. Ach Quatsch, nee, nee, das wird ganz kurz, keine Angst. Ihr wisst, was passiert, wenn Marvin sagt ganz kurz, ne? Ich hab's diesmal selber nicht hingeschafft, weil ich einfach viel zu fertig war nach anderthalb Stunden Schlaf am Montag. Hab aber, ein sehr guter Freund von mir war da, Grüße ans Stadtkind und der hat mir davon berichtet und zwar etwas, was sonst in den Medien überhaupt gar nicht großartig stattfand. Und zwar die Tatsache, dass Axel Hellmann, also natürlich auch Peter Fischer vorher, Peter Fischer hat erstmal über die Entwicklung des Vereins gesprochen, dass wir immer jetzt neue Mitglieder haben, dass wir, glaube ich, seit 2007… 67.500, genau, ja. Genau, und irgendwie 17.000 neue Mitglieder haben, was schon eine richtig krasse Zahl ist. Also hier von wegen Einbruch oder so, nachdem er sich klar politisch positioniert hat, kannst du vergessen. Das war dann übrigens auch aus dem gesamten Bundesgebiet, wo dann viele gesagt haben, ach ja, stabile Angelegenheit, deswegen werde ich mal Mitglied der Eintracht, du siehst, also es kann auch eine wirklich positive Wirkung haben. Im weiteren Zuge wurde sich über die Stadt ein wenig beschwert, dass da die Handlungsfähigkeit nur eingeschränkt gegeben ist, allein aufgrund der Tatsache, dass die Eintracht ganz gern einen Eintracht-Campus installieren würde, ein Gelände und auch gleichzeitig die Arena entweder ausbauen oder komplett neu machen würde. Und das ist ja, also die Stadionfrage ist ja wirklich eine der drängendsten Fragen, da drückt die Eintracht auch ein bisschen auf die Tube, da bewegt sich die Stadt nicht, da gab es einen Seitenhieb. Und das Interessanteste und das wirklich mit, ja, kaum Rezeption erfuhr, fand ich mega interessant, war die Tatsache, dass Axel Hellmann sich ganz klar, eindeutig und krass, mit krasser Wortwahl, auf die Seite der Fans, der Frankfurter Fans geschlagen hat. Und Peter Beuth, der, ja, wir haben ihn ja schon öfter mal in dieser Sendung behandelt, ja, grenzpopulistische Innenminister dieses Hessenlandes, in seine Schranken verwies und deutliche Kritik geäußert hat, hat gesagt, dass es kann nicht wahr sein, dass jemand so ohne Fachwissen diese Äußerung tätigt und dass plötzlich alle Leute Straftäter sind. Es gibt ganz klar eine Regel, die haben wir auch einzuhalten, was wir auch schon mal hier gesagt haben, was die Hand verlässt, aber dass ganz grundsätzlich alle Fans pauschalisiert verurteilt werden, damit kann ich mich nicht auseinandersetzen, das kann ich nicht gutheißen und wir haben gegenseitiges Vertrauen ausgebaut, das ist der wichtigste Satz, und wir haben gegenseitiges Vertrauen aufgebaut und dieses Vertrauen lasse ich mir nicht nehmen. Und das sind für jemanden wie Hellmann deutliche Worte, damit ganz klar zeigt, dass die Eintracht immer noch auf Seite der Fans steht, trotz eventuell der Schwierigkeiten, über die man sprechen kann, und dass jemand, wie ein Dummschwätzer wie Beuth, keine Chance hat und das klare Kante gegeben wird. Und zudem ist natürlich auch zu sagen, dass ein Verein, der roundabout 70.000 Fans hat, 70.000 Mitglieder in einem Land wie Hessen, dass das auch natürlich ein gewisses Gewicht hat. Und das muss sich natürlich auch dann der Politik bewusst sein. Ja, und das ist eine wichtige Botschaft. Ich fand es eine wichtige Botschaft, weil man trotzdem, man ja auch weiß, dass es eine schwierige Gemengelage ist, aber dass die Eintracht trotzdem von ihrem Weg sich nicht abbringen lässt, egal was von außen für populistische Stimmen kommen. Hellmann hat es ja auch benannt, dass er gesagt hat, das instrumentalisieren auch viele für sich einfach, die dann einfach mit Halbwissen um sich werfen, um Wählerstimmen zu bekommen. Und das ist genau das, was wir immer kritisiert haben, was an der Öffentlichkeit nicht genug, ja, was nicht genug Beachtung gefunden hat. Und ich finde gut, dass er das sagt, weil dann hast du die Sicherheit zu wissen, okay, die Eintracht macht keine irrationalen Dinge, wie man das von anderen Vereinen kennt. Wir haben das in Berlin gesehen, wir haben das in Hannover, sieht man das jede Woche. Da bin ich echt erleichtert und finde gut, dass die Eintracht den Weg weitergeht. Natürlich mit allen Schwierigkeiten. Das will man auch gar nicht unter den Tisch kehren. Das macht die Eintracht übrigens auch nicht. Die Eintracht zeigt da auch klare Äußerungen, wenn solche Sachen passieren. Es darf nichts an Verlassen und bla bla, darüber muss geredet werden. Aber die Eintracht lässt sich nicht von Politikern irgendwie einschüchtern im Sinne von, okay, wenn man so getan wird, keine Ahnung, jetzt ist es 5 nach 12, jetzt ist es 10 nach 12, jetzt ist es halb eins. Nee, einfach zu sagen, wenn Probleme da sind, kann man die benennen, aber nicht auf überhitzte Weise und das finde ich ein wichtiges Zeichen und lässt in mir die Hoffnung zurück, dass der erfolgreiche Weg, den die Eintracht in der Fernarbeit geht, so weitergeht. Und das ist genau das. Frank van Bebber, unser guter Freund, der ständige Hörer, ja genau, viele Grüße, der hat mir das heute auch nochmal dargelegt, da er selber auch dort war und mir auch da noch ein bisschen was geschildert hat, hat er auch gemeint, in dieser Art und Weise, in dieser Klarheit, wie ein Hellmann das artikuliert hat und wie er auch deutlich Stellung bezogen hat, das ist mehr als nur ein Lippenbekenntnis, das ist komplett ernst gemeint, das ist die Linie und deswegen habe ich mich vollkommen gewundert, dass das in der Berichterstattung, in der medialen Rezeption überhaupt nicht angekommen, es gab keine medialen Rezeption, es ist nicht angekommen und der erste Beitrag, den ich da heute zugelesen habe, war in der OP online, ansonsten habe ich dazu weder beim Kicker, noch bei SID, noch in anderen regionalen Blättern, ich glaube, selbst bei der FR hat das nicht großartig aufgenommen, finde ich ein bisschen schade, hätte man wirklich mal mehr thematisieren können, weil das ist ein Punkt, Peter Beuth ist ja jetzt auch sowieso keine wenig streitbare Figur, wir haben ja schon öfter über ihn gesprochen, da kann man schon mal sehen, okay, da bekommt er von den Leuten, die mit der Thematik wirklich was zu tun haben, mal ein bisschen Gegenwind und das finde ich gut und da siehst du halt, das ist auch wichtig, denn da stellt sich die Eintracht vor ihre Fans, die natürlich mal problematisch sind, darüber haben wir schon gesprochen, aber gleichzeitig mit Spruchbannern, mit ganz, ganz vielen Aktionen darauf hinwirken, dass in dieser Gesellschaft ein bisschen mehr richtig als falsch läuft. Ja, finde ich einen sehr wichtigen Punkt und wir verlinken euch den Artikel bei OP online nochmal, dann könnt ihr da selbst auch nochmal reinlesen. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie Videos von der Hauptversammlung? Wahrscheinlich irgendwie auf YouTube nochmal so ein Zusammenschnitt oder irgendwas demnächst. Ich habe ehrlich gesagt noch nichts gesehen, wollte mir aber gerade die Rede von Axel Hellmann, die wirklich beeindruckend gewesen sein soll, wollte ich mir nochmal nachschauen. Ich glaube, sofern die verfügbar ist, würden wir die auch nochmal reinhängen. Ja, gab es sonst noch wichtige Punkte aus der Jahreshauptversammlung? Nein, ich denke, wir können es damit sein lassen. Ja, sonst gab es ja nicht wirklich viel. Ich hatte fast ein bisschen spekuliert, dass da vielleicht ein Neuzugang vorgestellt würde. Selbiges nicht der Fall gewesen. Insofern. Genau, und damit hat Marvin quasi direkt den nächsten Block angeteasert, nämlich das große Fenster der Transfers. Wir haben noch ein paar Tage eine offene Transferperiode und es könnte sich noch das ein oder andere tun an zu oder auch Abgängen. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen drüber spekuliert, ob der Einsatz von Vallett vielleicht so ein, wir machen ihn nochmal hübsch und zeigen ihn nochmal der Menschheit Variante ist und so wie sich das jetzt gerade andeutet, ist der FC Nau. Nach wie vor interessiert an Vallett. Ich persönlich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg. Wir hatten ja gerade eben bei dem Rückblick auf Bremen über ihn diskutiert. Ich bleibe dabei, er wäre für mich jetzt nicht der Innenverteidiger, den ich als Nummer eins oder zwei, die in der Startaufstellung für 24-Plus-Spiele stehen, sehen will. Aber er ist für mich eigentlich ein solides Backup und ich bin mir nicht sicher, ohne ein oder zwei Neuverpflichtungen, ob ich ihn wirklich gehen lassen wollen würde. Ja, es ist halt genau das, wir haben es eben schon angedeutet, wenn du die Ziele hast, die jetzt realistisch erscheinen und du willst sie greifen, dann musst du nachbessern. Einzige Option, weil es geht ja, das ist ja auch nicht persönlich gemeint, das ist ein geiler Typ, bla bla bla, dann wissen wir alles. Ist auch für 10 bis 15 Spiele in der Saison vollkommen super, freue ich mich, alles toll. Aber wir müssen danach besser werden, wenn wir sagen, wir wollen das vorher Undenkbare schaffen und nach einem Jahr Europa gleich nochmal Europa spielen. Weit ich nicht, finde ich gut. Und Basti, du hast ja auch schon ein bisschen was gehört, was da so im Umgelaufen ist. Was meinst du genau? Also ich bin zu verletzen, muss ich auch sagen, nur weil wir ihn jetzt kritisiert haben, dass wir ihn nicht in den absoluten Stammspieler in ihm sehen, heißt nicht, dass ich ihn abgeben würde. Also ich würde ihn nicht abgeben, weil wer weiß, wann er nochmal wichtig wird, wer weiß, wer sich noch verletzt, das fände ich ein bisschen fahrlässig, zwei Innenverteidiger abzugeben und dann einen 19-Jährigen aus Brasilien zu holen. Also das würde das unnötig machen. Das würde unnötig wirklich die Personaldecke ausdünnen, ohne Not, weil es nicht immer jemand verletzt ist, sondern weil du einfach zwei abgibst. Also das würde ich nicht machen. Ich würde jetzt gar keinen mehr abgeben. Ich hatte gehofft, dass wir zwei neue Innenverteidiger dafür holen, muss ich tatsächlich sagen. Die musst du beide erstmal wieder reinarbeiten. Ja, aber das ist genau das. Falet kennt wenigstens manchmal und ich glaube, Falet ist auch für die Stimmung ganz gut. Ich glaube, Falet ist auch jemand, der dem Haller ganz wichtig ist und so, bla bla. Ich würde ihn auf jeden Fall für Sommer behalten. Er spricht französisch, weißt du, wichtiger, so genau. Ich würde das auch machen, weil, was sie sagt, der ist für die Stimmung gut und so weiter und so fort. Das ist auch ein solches Spieler. Die Sache, also überleg dir mal, wenn der jetzt dann aus Brasilien kommt, was eine echt hypothetische Angelegenheit ist, auch wenn die jetzt sich zu bewahrheiten scheinen, wir werden gleich nochmal die Personale sprechen. Aber bei allem Respekt, der wird jetzt nicht gleich bei uns Stammspieler werden. Das ist halt einfach so. Der kommt aus Brasilien in einer ganz anderen Liga hierher. Und nicht jeder ist ein Liga, der sofort dann reinkommen wird. Nein, aber der kam ja auch nur aus Frankreich. Und der kam ja nur aus Frankreich. Genau. Und das ja bei Ordonez haben wir es ja gesehen. Das kann auch gar nicht funktionieren. Also das kann auch, das ist ja eine ähnliche Preisklasse, das kann auch komplett schief gehen. Genau, also vielleicht zweites Gerücht, was da aktuell unterwegs ist, der hat es ja jetzt gerade am Rande auch schon ein bisschen angesprochen. Es sieht wohl so aus, als sei die Eintracht kurz vor der Verpflichtung eines jungen brasilianischen Innenverteidigers Lucas Silva Melo, auch bekannt als, was war es, Tutor? Tutor. 19 Jahre Innenverteidiger, kann auch rechter Verteidiger spielen aus Sao Paulo, hat bislang zumindest, was ich so an Statistiken finden konnte, neun Spiele für die U19 und ein Spiel für die U23 gemacht. Gehandelte Ablösesumme, die da genannt wurde, 1,7 Millionen, allerdings für nur 70 Prozent der Transferrechte, was auch immer das schon wieder heißt. Ich hatte nochmal gelesen, die restlichen 30 Prozent der Rechte würden wohl bei Sao Paulo bleiben und nicht bei diesem komischen Konsortium, was, wie du sagst, darf wahrscheinlich wirklich nicht mehr sein. Ja, also ich glaube, Konsortium war ja irgendwie nur noch so altlasten, aber neu ist nicht mehr. Wobei, ja, guckt halt auch keiner so genau drauf, kennen wir ja auch so ein Spiel. Ja, also ich bin da zwiegespalten. Gerne da nochmal irgendwie jemanden verpflichten, aber auch da sehe ich jetzt auch, mir wäre da jemand lieber, wo man im Saffelsfall auch sagt, okay, dafür kann man jetzt auch mal ein Abraham, Klammer auf, wir wissen nicht, ob er jetzt die nächsten Spiele bestreitet oder auch nicht, Klammer zu, den man da quasi direkt irgendwie da hinsetzen kann. Und wie ihr schon gesagt habt, nochmal so ein Glücksgriff wie bei Indika, den du quasi mit 18 Jahren und 11 Monaten da hinstellst und dir da eine klasse Hinrunde spielt. Ich glaube, das Glück haben wir nicht nochmal. Die Sache ist halt die, das ist für mich eine krasse Wundertüte und ich muss euch ganz klar sagen, ich kenne den Spieler nicht. Ja, ja, genau. Also, wenn ich was anderes behaupten würde, da wäre ich hier Lügner und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spieler ist. Und das kann, ich vertraue unserem Scout-Ben-Manga echt wirklich, dem würde ich sogar mein Schokoreis anvertrauen. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob der was reißt, weiß ich nicht. Und das ist für mich eine perspektivische Verpflichtung, aber weiß Gott doch nicht jemand, wo ich sage, okay, der löst jetzt all meine Probleme und bringt mich jetzt ins Tal der Glückseligen. Glaube ich halt erstmal nicht. Deswegen würde ich eigentlich eher eine andere Lösung bevorzugen. Ich sage mal so, wenn du jetzt 1,7 Millionen für den ausgibst, meine Güte, 1,7 Millionen, da hast du früher Topspieler bekommen, aber mittlerweile bekommst du eigentlich nur noch, den Praktikanten, was weiß ich, ja, den Praktikanten, da bekommst du normalerweise nur noch bessere Mittelklasse-Spieler aus der dritten ambitionierten Liga oder sowas. Keine Ahnung, also das ist jetzt ein bisschen dreist gesagt, aber selbst super Zweitligaspieler bekommst du für das Geld nicht. Deswegen, I don't know. Ja, ich glaube, diese Gedankenexperimente, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das ausdrücken, weil das ist ja ziemlich kompliziert. Wenn wir sagen, wir geben Follett noch ab und holen dafür den Brasilianer als Ersatz, dann könnte ich damit leben, da muss aber auch ein Salcedo-Ersatz her. Ja, der, wie ihr alle gesagt habt, der sofort da sein muss. Das muss halt dann, keine Ahnung, wir können ja mal ein paar Leute in den Raum ballern. Hier Oxford von West Ham, der schon in Gladbach irgendwie ein paar Spiele gemacht hat. Genau. Hinteregger, ich wollte ja sagen, Hinteregger ist jetzt auch so ein bisschen ins Gespräch gebracht worden. Almami Touré habe ich jetzt oft gehört von AS Monaco, der ist aber derzeit, glaube ich, verletzt. A verletzt und B ist ja, glaube ich, im Hauptberuf Rechtsverteidiger. Das wäre nochmal was anderes. Also die Gemengelage ist ja echt kompliziert, weil wir wirklich drei Positionen haben, wo wir sagen, okay, wir bräuchten eventuell noch jemanden. Rechtsverteidiger bräuchten wir, weil wir nicht wissen, wie lange Chandler noch brauchen, wie lange da Costa das durchhält. Wenn du halt mit dem Brasilianer irgendwie einen hast, der Innenverteidiger und Rechts spielen kann, dann hättest du zumindest die Rechtsverteidigerposition aus meiner Meinung nach abgedeckt, weil die nicht so die dramatischste von allen ist. Ja. Cedo-Ersatz sehe ich trotzdem noch als wichtig an, weil ihr habt gesagt, Abraham, wenn er jetzt verletzt ist, das geht nicht mit den anderen Russen und verletzt als Stammspieler, sehe ich weiterhin so, haben wir jetzt auch ausführlich dargelegt, warum. Und dann ist trotzdem im zentralen Mittelfeld auch noch eventuell irgendwie Bedarf da, zu sagen, vielleicht brauchen wir da irgendjemanden, der Gacinovic ein bisschen ersetzt, beziehungsweise so einen Geraldess-Ersatz. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben schon viele Leute abgegeben, wir haben Müller abgegeben, wir haben Geraldess abgegeben. Also da muss ja auch so ein bisschen, Nils Gendera ist glaube ich dann nicht derjenige, der da irgendwie die Lücke schließen kann und der große Bruder auch nicht. So, das sind drei Positionen, aber ich glaube, wir sind alle einig, dass die akuteste einfach die Innenverteidigerposition ist und da sind die Gedankenspiele glaube ich dahin. Ich hoffe nicht, dass die Eintracht plant, Salcedo durch den jungen Brasilianer zu ersetzen, sondern den jungen Brasilianer sehe ich dann eher als verletter Satz zu sagen, das ist Innenverteidiger drei oder vier, der kann zur Not noch spielen, der kann langsam reinschnuppern bis Sommer, dass er vielleicht im Sommer, ab Sommer eine richtige Alternative ist. Aber so einen wie Salcedo, der direkt da ist, wenn er gebraucht wird. Und das war er meistens, wenn er fit war, war er wirklich. Das brauchst du eigentlich und da sind ja auch schon dementsprechende Namen in dementsprechenden Preisklassen auch im Gespräch und da bin ich sehr, sehr gespannt, was bis Donnerstag noch passiert. Mein Schlaf würde es auf jeden Fall deutlich beruhigen, wenn da tatsächlich noch jemand kommen würde. Was haltet ihr denn von diesem Hinteregger gerüchtig? Ich meine, man muss dazu sagen, der hat sich ja jetzt quasi durch seine Äußerung gegenüber dem Trainer da so ein bisschen selbst ins Spiel gebracht, das heißt, der war ja auch im Umkehrschluss kein Kandidat, auf den man vorher irgendwie gesetzt hat, als man diese ganze Salcedo-Nummer irgendwie begonnen hat, sondern der ist jetzt quasi so auf den letzten Metern da reingerutscht. Hätte natürlich den Vorteil, dass er und unser Coach sich schon aus der Salzburger Zeit kennt. Das ist genau. Vielleicht hängt es mit Baum zusammen. Weiß ich nicht, Baum greift ja jetzt bei einigen Spielern auch durch, da merkt man auch, dass die Autorität so ein bisschen flöten geht von dem Trainer, durchaus verständlich, wie ich finde. Aber es ist schwierig, trotzdem zu beurteilen. Die Jacke spielt, glaube ich, eine Rolle, die darf man nicht unterschätzen. Ja, der weiß ich ja. Wenn du mit so einer Jacke in die Kabine kommst, dann denken die Spieler sich auch, aha. Wo ist die man dann hier? Ja. Genau, eben hat er die Jacke noch gehabt, um irgendwie, vielleicht ist es ein Nudist oder so, ja, die da rauszieht. Den Battery schreit er von euch. Naja, gut. Aber in der funktionierenden Mannschaft würde er, glaube ich, weiterhelfen. Ich denke, man muss auch die Mannschaft funktionieren und da kommt er doch zu uns in die ideale Truppe. Ich glaube schon, dass... A kennt er die Bundesliga und B, René hat es ja angesprochen, der kennt den Trainer auch. Ich glaube, wenn er frei ist und Hütter kennt ihn ja dann, dann sagt, okay, der ist vielleicht an der und der Stelle schwierig, aber ich weiß, wie man ihn packen muss, dann holen wir den. Und Augsburg will ihn ja loswerden, vielleicht kann man sich da irgendwie einigen. Und dann ist das ein Babbertransfer, das ist schon ein geilen Verteidiger, der ist auch torgefährlich. Weil wir haben, guck mal ganz ehrlich, wenn wir in Leipzig angerufen hätten oder in Florenz und du hättest dich hinter seinem Rücken über Ante Rebic informiert, dann hätten die auch alle gesagt, boah, nee, den brauchen wir nicht alle, den holst du nicht, der ist schwierig, der kriegt nichts auf die Kette. Ich glaube schon, dass das immer wieder, das ist einfach, ich glaube, das Binnenverhältnis zwischen Trainer und so einem Spieler, das kann auch wirklich sehr, sehr kompliziert sein, gerade wenn es da nicht läuft und du dann, ja, alle ein bisschen gereizt sind. Wer weiß, was zwischen Mannschaft und Trainer vorgefallen ist, weil alles kann in Augsburg nicht gut laufen und in Leipzig war es ja, glaube ich, auch irgendwie noch was anderes. Marvin hat natürlich recht, dass es merkwürdig ist, wenn das jetzt zweimal passiert ist, aber man muss auch aufpassen, dass man da, ja, die Stochastik so ein bisschen komplett außer Acht lässt, es kann halt auch passieren, Marvin, weißt du, was ich meine, wenn wir beide jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn du dir zwei Jobs suchst und du hast zweimal ein Arschloch als Chef und wechselst zweimal den Job, weil du mit den Chefs nicht klarkommst, dann willst du ja auch nicht, dass die Leute denken, ja, das ist langsam das Problem von Marvin, also so, weißt du, was ich meine, es kann halt sein, dass du Pech hast und zweimal in ein Umfeld reinkommst, wo einfach die menschliche Chemie nicht stimmt. Es ist ja auch nicht so, dass jeder Spieler nicht mit Baum klarkommt, aber es gibt halt verschiedene Typen. Ich glaube, dass du wirklich, ja, wenn man sowas sagen will, zu sagen, okay, wenn es wirklich Skandale neben dem Platz gibt und du bist wirklich mit dem dritten, vierten Trainer, manchmal ist es ja noch im selben Verein, das ist, glaube ich, immer das eindeutigste Mittel. Wenn wir sagen, warum spielt der nicht und dann kommt der nächste Trainer, ja, warum spielt er wieder nicht, dann kommt der übernächste, sondern er spielt immer noch nicht. Dann kannst du sagen, okay, vielleicht ist er wirklich nicht gut genug. Bei Hinteregger weiß ich nicht genau, wie die Gemengelage da ist, da kennt man sich nicht genug aus, würde aber dafür plädieren, zu sagen, komplett ihn in diese Schublade zu stecken, dass er sehr, sehr wenig ist, davon will ich abgehen. Ich warne nur davor. Mir geht es nur darum, ich warne nur davor. Ja, ja, ist ein berechtigter Punkt, weil zweimal ist schon, kann auch jetzt, ist jetzt auch wahrscheinlich wirklich nicht der größte Diplomat. Ja, wahrscheinlich, also Hinteregger hat sich ja mit den Aussagen, die er zu Red Bull getätigt hat, voll in mein Herz gespielt, ja, also das ist ja, es ist jetzt nicht so, also würde ich, ich fand den immer schon cool und ich fand den ehrlich gesagt auch in Gladbach einen guten Transfer, ja, und das hat mir alle so ein bisschen gefallen und das ist ein langer Baum und ich weiß nicht, also das ist schon eine Kante, das gefällt mir schon und vielleicht bekommt er ihn ja hin, ja, und sie kennen sich, der Trainer und Hinteregger, kann ja sein, wenn das gut funktioniert, ey, vielleicht, vielleicht weiß er vom Interesse der Eintracht und hat jetzt absolut nicht so einen Schindluder getrieben, damit er seinen Transferwert senkt, damit der Eintracht nicht so viel Geld ausgeben muss. Bäm, bin ich sofort dabei. Man muss natürlich aber auch... Vielleicht hat er auch die 93 Traumbundesliga gehört und hat gesagt, ja stimmt, Augsburg gehört wirklich nicht. Man muss halt, man muss dazu halt auch sagen, er hat 212 Spiele für Salzburg gemacht und 83 für Augsburg, also es ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie so eben 2-Wochen-Rhythmus da ist, sondern da ist halt auch eine lange Zeit dazwischen und wenn du so 4, 5 Jahre bei so einem Verein bist oder vielleicht auch 2 Jahre, da kann natürlich auch schon mal das eine irgendwie zum anderen kommen, also das würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Man muss das wahrscheinlich nicht so machen, wie er das getan hat, ja, aber da kannst du jetzt halt auch von nix bis alles, kannst du da die volle Bandbreite irgendwie rein interpretieren, das ist halt auch schwierig. Trotzdem wäre ich mal über den Preis interessiert, weil ich glaube, Augsburg hatte vor ein, zwei Jahren ja erst 9 Millionen bezahlt und der Vertrag würde ja jetzt glaube ich noch 2 oder 3 Jahre laufen, also ich glaube nicht, dass er es... Gut, wenn es wirklich einen riesen Bruch gab und sie einfach nur noch loswerden wollen, dann kann es sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass du da auch deine 10 Millionen oder 9 Millionen auch wieder hinlegen musst und ob er das wäre, das weiß ich nicht. Davon würde ich abhängig machen, ich würde sagen, hört mal zu Leute, wir nutzen eure Note in Anführungszeichen ein bisschen aus, wir geben euch 6 Millionen Euro, fertig, alles was drüber ist, lohnt sich dann, ich habe Dennis schon recht, da würde ich dann wirklich lieber meine Fühler nach England weiter ausstrecken und sagen, okay, den haben wir wirklich, glaube ich, auch länger auf dem Schirm, das glaube ich auch, dann holen wir den, anstatt... Also was ich mir eher vorstellen könnte und das schreibt der Alex hier auch gerade im Chat, ist, dass die jetzt bei Augsburg anrufen und sagen, pass auf, ihr wollt den loswerden, wir nehmen euch mal bis Ende der Saison ab und dann reden wir mal über den Preis, dass das so eine Laie mit Kaufoptionsgeschichte wird. Auch in Ordnung. Was für mich halt wirklich die spannende Frage dahin, die Hinteregger ist, ist dann halt wirklich, wie ich schon gerade gesagt hatte, der kommt ja jetzt so auf den letzten Metern der Transferperiode, kommt der da in dieses Sichtfeld rein. Was war denn der ursprüngliche Plan unserer Kaderplaner als Ersatz für Salcedo? Weil das war Hinteregger mit Sicherheit nicht. Tja, vielleicht war das auch gar nicht so lange geplant mit Salcedo halt, ne? Vielleicht ist es einfach... Vielleicht ist Salcedo, genau, auch eine kurzfristige Nummer gewesen, weil dann plötzlich, keine Ahnung, die Vaterschaftsklagen den zweistelligen Bereich überschritten haben, wer weiß das schon. Ja, und dann stehst du plötzlich dumm da. Also ich glaube noch nicht mal, dass das jetzt schon lange geplant sind, die haben gedacht, wir könnten was machen, müssen sie aber vielleicht nicht und dann kam das Holter die Polter, dann hast du ein gutes Angebot aus Mexiko gehabt, was ja natürlich im Endeffekt auch finanziell lukrativ ist und dann hast du es gemacht. Ja, also ich glaube, die Eintracht hat sich da schon was dabei gedacht, die wollten ihn ja auch, haben sie auch fest verpflichtet. Also insofern, ich weiß nicht, ich tue mir da echt schwer, ich bin, ich kann nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass Augsburg aktuell nicht mega geil wirtschaftet und dass die bislang ein Transferdefizit haben, was die vielleicht ganz gerne ausgleichen würden und es wird nicht besser, wenn Hinteregger noch ein halbes Jahr nur auf der Bank sitzt. Sonst sollten sie vielleicht darüber nachdenken und sie haben es ja auch schon angedeutet, ihn abzugeben und das sollten sie lieber machen, solange sie noch mehrere Millionen bekommen, dann sinkt es nämlich auch. Hast du völlig recht, Marvin. Und du musst sagen, die Eintracht ist kein direkter Konkurrent mehr, um einen Platz, ja ich sag mal, mit Augsburg unten, die spielen einfach in der Saison wieder gegen den Abstieg und da muss man wirklich sagen, da haben wir endlich mal die Situation, die wir wirklich auch lange, lange Jahre nicht hatten. sagen, wir können mal sagen, wir können einem schwächeren Verein, der eine schwache Runde wie bisher jetzt gespielt hat, können wir im Endeffekt mal eventuell auch einen Spieler noch abnehmen und die haben keine Angst, dass es an direkten Konkurrenten geht und das ist mal eine schöne Situation, die uns vielleicht auch mal einen Spieler bringt, der vielleicht dann bei uns auch wieder aufblüht, was wir ja auch schon erlebt haben. Also schauen wir mal. Ich glaube zusammenfassend könnten wir es dann so sagen, Falet würde ich nicht unbedingt abgeben oder sollten wir nicht unbedingt abgeben, wenn jetzt keine große Not besteht, weil er auch wenn er nicht die Nummer 1 oder die Nummer 2 Innenverteidiger sind, wichtig ist für die Kabine und ein sehr, sehr solides Backup ist. Hinteregger, wenn man ihn zu einem guten Preis oder als Laie bekommt, halte ich auch für ein Spieler mit hoher Qualität, gerade jetzt auch mit Blick auf die Situation bei Abraham, wo wir nicht wissen, worum es geht und der Brasilianer, der Junge, ist eine absolute Wundertüte, perspektivisch, wenn der sich entwickelt und ein bisschen Geld in die Kasse bringt, halte ich das für einen Salud so stabilen Transfer, so rum, wird aber nicht derjenige sein, der uns jetzt irgendwie hier die Kohlen aus dem Feuer holt in der ersten Minute. Alter, wir haben halt auch echt nicht mehr viel Zeit, das ist noch Mittwoch und Donnerstag, also die müssen sich jetzt schon mal ranhalten. Also und das wird mir sonst auch ein bisschen zu bunt. Das, da müssen die eigentlich noch was machen jetzt. Am liebsten will ich ja noch zwei neue sehen dort und in anderen Positionen, du hast Basti, du hast es schon angesprochen, wo wir noch überall nachbessern könnten. Also ich hoffe, es bleibt nicht bei dem einen Transfer, dass wir jetzt den Brasilianer holen und eventuell selbst noch jemanden abgeben, da bin ich voll bei euch, das wäre der absolute Super-GAU eigentlich. Auf der anderen Seite, es sind halt schon noch einige Optionen, hoffe ich ja, dass die jetzt gezogen werden. Guck mal, wie oft haben wir jetzt schon über Oxford etc. gesprochen, auch eventuell sagst du doch, wenn Touré zu einem günstigen Preis etc. zu beham ist, ist das natürlich auch eine geile Sache, aber es ist natürlich sowas, musst du schauen, Winter ist immer schwierig und ich hoffe einfach, dass sich noch was tut. Das hoffe ich auch. Aber wir haben ja noch zwei Tage, vielleicht sehen wir ja da das ein oder andere noch und die Eintracht haut da nochmal auf den letzten Metern so richtig einen raus. Da ist irgendwie alles noch drin. Ja, dann können wir quasi, wenn wir hier zum Deadline-Day unseren gelben Jumpsuit oder nach dem Deadline-Day unseren gelben Jumpsuit ausgezogen haben, können wir den quasi direkt mit nach Dortmund nehmen und da irgendwie einem glücklichen Fan in die Hand drücken. Ach nee, die kommen ja zu uns. Wir spielen am Samstag 15.30 Uhr zu Hause gegen Dortmund. Ich hatte es gerade eben schon mehrmals angedeutet. Der Einsatz von Abraham ist so fraglich. Also er war heute nicht im Mannschaftstraining und es sieht irgendwie alles nicht so gut aus. Stendera ist wohl auch krank, was jetzt auch eher so ein anderer Spieler auf der Auswechselbank ist, den sehe ich jetzt auch nicht so unbedingt als Startelf-Kandidat, aber da könnte so das ein oder andere rotationsmäßig passieren. Und Dortmund ist natürlich auch gerade der Tabellenführer. Die sind da ordentlich unterwegs. Favre wird, wie ein weiser Mann mal gesagt haben, seine 12.30 VHS-Kassetten mit Eintracht spielen studiert haben auf dem Dachboden. Das wird interessant. Ja, eigentlich kommt Dortmund jetzt zur richtigen Zeit. Also was soll passieren? Also wir können nicht erwarten, dass wir in Dortmund gewinnen. Gerade nicht in Dortmund in der Verfassung, die alles wegrohren gerade. Die haben einfach zu gute Spieler. Das ist ein Spiel, das ist so ein typischer Eintrachtsspiel. Das könnte sich verselbstständigen. Das könnte, wir haben es ja auch hier schon auf der Lee, wir haben auch gegen eine gute Dortmunder Mannschaft gespielt, wo wir 3-3 gespielt haben. Oh ja, das war grandios. Also wir haben ja immer schon solche Sachen gehabt. Wir haben das gegen Bayern, aber auch probiert drauf zu beschwönen, dass es gar nicht geklappt, weil die Kraft gefehlt hat. Vielleicht kommt sie jetzt wieder. Aber heute glaube ich noch nicht dran zu sagen, okay geil, die Eintracht haut Dortmund weg, weil Dortmund einfach zu stark ist. Das wäre aber auch gar nicht schlimm, haben wir auch schon gesagt. Wenn wir jetzt diese drei Spiele nehmen, Dortmund, Gladbach und Leipzig, oder beziehungsweise Dortmund, Leipzig, Gladbach, so in der Reihenfolge. Wenn wir davon eins gewinnen, wäre das schon geil. Weil danach werden die Aufgaben nicht schwerer, sage ich mal. Wenn wir da von denen 3-1 gewinnen, fände ich es geil. Vielleicht ist das schon gegen Dortmund der Fall, dann hast du in den anderen drei Spielen keinen Druck. Kann immer passieren. Das Geile ist doch, dass wir wissen, und das ist sowas, was für mich auch ein ganz neues Gefühl ist. Selbst wenn ich euch jetzt sage, ich sehe keine Chancen. Was ich aber weiß und das Gefühl, was man mittlerweile als Eintracht-Fan so ein bisschen etabliert, bei aller Angst, die man immer noch präventiv in sich trägt, ist, die Eintracht kann immer treffen. Immer. Guck mal, wie es in Bremen war. Da ist nichts zusammengelaufen. Eine Situation, ein Haken, Rebic, Pam, Winkeltor. Individuell, saugeil, ja. Ja, Haller kann immer einen reinköpfen, Jovic kann eine Aktion haben, Rebic kann immer ein Ding drin haben. Wenn wir dann auch die Standardsituation irgendwie durch große Innenverteidiger dazubekommen würden, wäre es noch geiler. Aber trotzdem, es kann immer einer treffen und es können sogar zwei treffen. Und das kann dazu führen, dass wir eventuell wieder glücklich 2-2 spielen. Das wäre super. Und Dortmund, ja, die werden auch nicht so durch die Saison spazieren. Die werden in der Rückrunde vielleicht, weiß ich nicht, drei Spiele verlieren. Vielleicht ist eins davon gegen uns. Ja, aber genau das ist es. Und Marius, machen wir uns erst? Nee, mach du. Im Endeffekt geht es ja darum, und das habt ihr ja vorhin schon richtig gesagt, wenn wir wieder diese Power auf den Platz bringen und vielleicht kommt dann, das bin ich voll bei euch, Dortmund genau als richtiger Gegner zur richtigen Zeit, dass du mal wieder denkst, jetzt mal wieder alles geben, denn du brauchst 110 Prozent gegen Dortmund, um eventuell einen Punkt noch mitzunehmen. Und mal wieder dieses absolute kranke Pressing, wo du wirklich sagst, oh mein Gott, der Spieler haben diesen noch alle. Oder die rennen dir an wie die absolut Wahnsinnigen. Dass du einfach mal wieder diesen Hebel umwirfst, den du jetzt die ersten zwei Spiele überhaupt nicht auf den Rasen gebracht hast. Das ist wirklich was, und da bin ich voll bei euch. Eventuell gewinnst du dann eins der nächsten drei Spiele, dann können wir wirklich schon zufrieden sein. Und wenn du eine geile Leistung gegen Dortmund zeigst, Basti, da bin ich voll bei dir. Eine individuelle Situation drin, und du machst dir ein glückliches Tor, die Innenverteidigung steht mal, dann gewinnst du das Spiel am Ende 1-0, und alle sind ja mehr als happy. Und ich glaube, ganz ehrlich, das ist so ein Spiel, das kann ein gewisses Feuer auch weiter entfachen. Ganz ehrlich, ich hab mega Bock auf Dortmund. Und hey, wer weiß, was da passiert. Das ist genau mein Spiel in der Saison, wo ich das Gefühl hab, da geht alles, die Eintracht hat verhältnismäßig oft gut mitgehalten mit dem BVB. Ey, es ist richtig geil. Und wir haben dann, ehrlich gesagt, ja, wir haben mal zwei scheiß Spiele gehabt, scheiße in Anführungsstrichen, wo wir nicht an unser Leistungsmaximum gekommen sind. Aber Leute, die Mannschaft da vorne, ey, diese wilden Barbaren, die auf jeden Fall Tore schießen wollen. Ja, und da ist jeder, jeder hat ja die Möglichkeit. Selbst ein Kostic, der vielleicht da nicht ganz so oft in Erscheinung tritt, ist ein absolut fähiger Spieler. Das ist mega geil. Ich hab da richtig Bock drauf. Und wenn die das zulassen, dass wir jetzt richtig offensiv spielen, beide Seiten, und dass die Defensive ein bisschen weniger wackelig ist, kann das ein mega Ding werden. Ey, und dann geht's am Ende 3-3 aus, sag ich auch nicht nein. Vorrat, ist mir jetzt einig, glaube ich. Ja. Und natürlich ist Dortmund krass, 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 krass. Ja, sag ich mal, guck dir die Mannschaft an. Da musst du echt die ganz große Lupe rausholen, um irgendwie nach einer Schwäche zu suchen, ja. Die gibt's trotzdem. Und ich glaube, dass Hütter und seine Volksmänner da auch schon ein bisschen wissen, wo sie da reinstechen können. Und die gibt's. Und es ist trotzdem krass, dass eine Mannschaft, eine Favre-Mannschaft schon in Saison 1 so krass stabil ist. Aber hey, irgendwas geht. Und ich hab selbst keine Lösung, sonst würde ich auf dem Trainingsplatz sitzen. Sitzen aber auch nur, weil Steen mir auf Dauer dann auch zu anstrengend wäre. Aber irgendwie, ich kann mir da echt was gut vorstellen. Und wir gucken einfach, wie das Spiel wird. Und ansonsten sehen wir halt Dortmund in High Life. Und wir halten trotzdem gut mit. Ja, ist ja auch interessant, um einen Spieler wie Sancho live zu sehen. Ist schon ein geiler Spieler. Geiler. Also für mich momentan der heißeste Spieler in der Bundesliga. Ja, mega. Ja. Können wir uns dann auf irgendeine Aufstellung da einigen? Was wir da anpassen? Ich glaube, dass Fernandes wieder reinkommt. Ich glaube, Fernandes ist so, ich glaube, der wurde vermisst, gerade was die defensive Stabilität in diesem Mittelfeld betrifft und die Entlastung der Innenverteidiger. Ja. Also gehen wir mal von, wir hoffen einfach mal, dass Abraham spielt, oder? Hoffen wir es einfach. Es ist ja erst Dienstag heute. Noch ist die Hoffnung da. Ja, ich hoffe auch, aber ich bin da mittlerweile sehr pessimistisch. Man müsste ja morgen zumindest wieder langsam ins Training einsteigen. Sonst glaube ich auch, dass das wieder nichts wird. Also wenn Abraham morgen nicht im Mannschaftstraining ist. Wenn Abraham nicht spielt, dann spielt er den Hinteregger so. Okay. Ja, aber die Fünferkette würde ich so stellen, wie es immer ist, wenn Abraham auswirkt, muss man halt gucken. Dann im Dings, ja, wahrscheinlich. Also in Dika dann auch wieder rein, ja? In Dika wird wieder da sein. Auf jeden Fall. Also ich glaube, alles andere wäre Selbstmord. Und da müssten wir dann auch drüber sprechen. Und das ist nämlich genau der Punkt. Wenn Dika jetzt aus irgendwelchen nebulösen Gründen erneut nicht spielen würde, weil das ein Fingerzeig, dass es bedeutet, dass irgendwas passiert ist, indem wir nicht genau wissen, was passiert ist. Insofern hoffe ich da nicht drauf und gehe wirklich davon aus, dass ein Dika, der uns ja in dieser Saison auch schon so viel Freude bereitet hat, wieder auf dem Platz steht. Ja, also ich glaube, also nach meiner Wahrnehmung war das gegen Bremen nur für dieses eine Spiel. Und da steckt jetzt nichts dahinter. Ich mache eher das Fragezeichen bei Abraham, ob der da ist. Und dann wäre die Frage verletzt oder aus? Ja, Messer oder Pistole? So, dann haben wir im Mittelfeld Fernandes, wäre ich auch voll dafür. Fernandes und Rode würde ich stellen. Rode muss jetzt durch, wir müssen Rode jetzt auch durchschleppen, Leute. Gerade auch gegen Dortmund könnte Rode auch vielleicht. Wir müssen den jetzt durchschleppen, der Gußmann behadert auch so ein bisschen mit sich gerade. Aber vielleicht ein bisschen früher wechseln bei Rode. Ich fand die letzten 20 Jahre war er total auf der Felge. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, genau, der kann auch noch nicht die ganze Fitness haben, dass man sagt, okay, der spielt 60 Minuten, 30 Minuten de Gußmann an der Seite von Fernandes, der die Löcher stopft. Aber wir müssen Rode jetzt durchschleppen, egal, ob das die nächsten zwei, drei Spieler noch ein bisschen eng wird, weil dann, ich glaube, das wird sich dann auszahlen, weil er ist prinzipiell ein guter Kicker. Aber ich weiß auch nicht, ich weiß auch gar nicht, was die Leute für Erwartungen an ihn hatten, dass sie sagen, oh, der ist voll scheiße gespielt. Ja, klar, der hat irgendwie zwei Jahre nicht gespielt, hat es gegen Freiburg gut gemacht. Ist jetzt ein bisschen ins Schwimmen geraten, mit der ganzen Landschaft übrigens, also er war nicht der einzige und sich als Faktor, sondern er ist halt auch da in seiner Position, in seinem Leistungsstand, auf dem er ist, ist halt darauf angewiesen, dass es bei den anderen auch gut läuft, weil da kann er mitglänzen. Und wenn wir ihn jetzt so ein bisschen durchschleppen, dann wird er auch jemand sein, der vielleicht das Gesamtgebilde auch an einer oder anderen Stelle auffangen kann, wenn es nicht funktioniert. Deswegen, Rode ist für mich momentan gesetzt und Fernandes würde ich aufgrund der defensiven Stabilität hineinstellen wollen. Sehr gut. Finde ich gut, finde ich gut. Also ich denke, ich stimme dir vollkommen zu bei der Rode-Situation. Da müssen wir einfach noch mehr Vertrauen in den Himmahmen. Das wird sich auszahlen. Nicht heute zwingend, nicht morgen, aber keine Ahnung, was man auch bis zum 25. Spieltag, wenn er da alles durchgepowert hat, fit geblieben ist, wird er uns noch viel Freude machen. Bin ich jetzt einfach gut. Finde ich auch nicht gut. Das finde ich gut. Auf der 10? Rebic? Oder nicht? Ich würde eigentlich gerne auch mal wie den Garzinovic schon anfangen ansehen, aber... Der bitte ein bisschen früher abspielt und guckt, wer links und rechts von ihm läuft. Das ist wohl wahr, ja. Aber gut, ich könnte auch gerne mal... Ich würde die Straßenbahn eine 4, 4, 8, 9 stellen. Da vorne ist jetzt der neue Begriff für die Würfelherde. Das ist übrigens auch der Sendungstitel, lieber René, als du ihn später fragst. Okay. Ich glaube, der Begriff soll hier etabliert werden. Mit aller Macht müssen wir das hingehen. In den Markt gedrückt. Wunderbar. 4, 8, 9. Ich hätte jetzt gesagt, kein Freund der Baum, aber... Schön, schön. Nein. Oh, meine Mann. Ich glaube, beim Heimspiel ertrage ich die Würfelherde leichter als auswärts. Wir wollen es noch nicht mehr Würfelherde sagen. Ja, aber ihr wisst schon, wenn ich meine... 4, 9 ist doch geil. Sofort nehmen wir diesen Begriff. Ja, nee. Ja, ich glaube, Heimspiel ist da nochmal der große Faktor und die drei können gegen Dortmund da vorne echt... können da was ausrichten. Ja. Kannst du auch noch ein bisschen Qualität von der Bank bringen. Das ist gar nicht schlecht. Gut, machen wir so. Gartinovic ist auch nicht ganz fit. Also ich bin, wie gesagt, grundsätzlich kein Fan von Rebicin als Zehner. Ich würde aber die Kröte hier schlucken, weil ich glaube, dass wir da so großartig ein Spiel gar nicht aufziehen werden und das wird sich ein bisschen anfühlen, zumindest vom Raum, den man kriegt, anstellen, glaube ich. Ja, glaube ich. Deswegen, also Straßenmann für 8, 9 ist eigentlich eher für mein Auswärts, meine erste Wahl, weil es da nicht so sehr aufs Spielmachen ankommt, weil du ein bisschen mehr Platz hast. Sehe dieses Heimspiel aber jetzt auch eher als Auswärtsspiel. Deswegen, Gartinovic, ähnliches Modell würde ich wem überrohlen. Sagst du, okay, wer von den dreien da vorne sich irgendwie komplett verausgabt hat oder irgendwie mit seinem Gegenspieler nicht zurechtkommt, kann Gartinovic für den reinkommen. Da kann man ein bisschen durchröbeln und gucken, dass man Verwirrungstift wird. Ansonsten. Haben wir noch, Stand heute, Dienstag, nicht allzu viele Möglichkeiten? Vielleicht ändert sich das ja noch. Ich hätte trotzdem auch Bock, irgendwie Patenzier irgendwie mal zu sehen, so 70. 80. oder so. Vielleicht ist dann wirklich einer der Stürme ein bisschen platt. Ich will irgendwie, dass der mal reingewechselt wird. Er war immerhin mal auf der Bank letzte Woche, ne? Genau. Ich will ihn auch vielleicht mal gegen Dortmund sehen. Vielleicht kann das dieser totale Unsicher, ja, also Unsicherheitsfaktor, aber nur insofern, dass wir nicht wissen, wie wir ihn einzuschätzen haben. Also vielleicht ist es diese unbekannte Größe. Ich hätte da mal Bock drauf. Wer weiß, vielleicht bringt er neuen Weinbrein, weil ich glaube, da bereiten sich relativ wenige drauf vor. Und wenn ich irgendwie mal so 15 Minuten nochmal Vogelwildes rumgehüpfen will, so hole ich mir nochmal einen Jethro Williams rein, weil der ist auch so ein bisschen auf undankbare Positionen, aber die Spiele, die er dann im defensiven Mittelfeld gemacht hat, waren auch ganz gut. Waren okay, ja. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch wirklich, das sind Spieler, die du auch durchaus dann nochmal von der Bank so für die letzten 20, 30 Minuten da bringen kannst. Aber ja, Paciencia würde ich jetzt auch tatsächlich gerne mal für mehr als nur die letzten zweieinhalb Minuten einfach auch mal sehen, weil ich das Gefühl habe, da könnte noch, da steckt noch ganz viel, was wir noch nicht erkannt haben. Erklärt mir mal kurz, wird Hagota jetzt irgendwie nochmal verliehen oder verkauft oder sonst irgendwas, ist da nochmal was gekommen? Weil was ist denn mit dem eigentlich los? Ich glaube, er geht mit Fabian zu Pfeifgeißen in der Rückrunde. Freund Eder hatte da ja so einen wunderbaren Tweet, so nach dem Motto, Hagota in die Innenverteidigung, der ist doch gut im Tore verhindern. Vielleicht wird er umgeschult. Who knows? Ja, weil der Kader, der ist doch eigentlich immer noch recht groß und voll und mit so Quatschspielern teilweise. Also es ist, wenn sie eh nicht mehr berücksichtigt, sie werden nicht mehr berücksichtigt, dann muss man doch wirklich sagen, dann wäre doch eher die Entscheidung entweder verleihen, ich weiß gar nicht, inwieweit jetzt noch ein Vertrag bei Hagota besteht, damit eine Leih wäre wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Aber das kannst du ja auch nicht über den Kopf hinweg entscheiden. Er wollte doch eigentlich weg, oder? Am Anfang hieß es doch, er wollte weg, dann kam kein gescheitiges Angebot. Ich glaube, dass er weg will, aber genau, es kommt halt darauf an, wohin. Ich wollte gerade sagen, dann hat er die Gehaltsgefüge bei dem einen oder anderen verheiratet. Ah, der hat auch nur noch einen Vertrag bis 36.2.19. Okay. Das Ding ist, glaube ich, er war ja ziemlich weit mit Hannover, aber ich glaube, der hat dann auch gemerkt, was in Hannover los ist. Ich wollte gerade sagen, dann hat er gesehen, dass er das neue Trainer ist, wenn er sich auch gedacht hat, nö, lassen wir mal. Selbst vorher, ich würde dann denken, oh nee, komm, lass mal. gucken, was danach so kommt. Ja, aber der macht halt kein Spiel mehr. Und das ist halt auch so ein Ding, also der wird halt bei der Eintracht, wenn alles normal läuft, im Laufe seiner, ja, seines Vertrags bei der Eintracht kein Spiel mehr machen. Denke ich auch, ja. Der kriegt noch so die letzten, im letzten Spiel vielleicht noch irgendwie so nochmal zwei Minuten, dass er nochmal irgendwie kurz klatschen kann und das war's dann. Was so nervig ist, das geht mir voll auf den Sack. Der Götter ist ein Spieler, der ist jetzt keiner, der jetzt total ein Flachpfeife ist. Das ist der nicht. Der ist ja noch erst 26 Jahre. Was ist denn da los? Nervt mich. Keine Ahnung, dann lasse ich mich halt, ich kann ihn sich jetzt nicht mehr ausleihen lassen, aber dann hätte ich mich nach Braunschweig irgendwie verkaufen lassen für ein halbes Jahr und dann hätte ich versucht, dass ich da irgendwie mithelfe oder irgend sowas. Die brauchen auch Spieler, gute Spieler und der ist ja nicht schlecht. Der braucht einfach mal oder ein Jahr Zweitliga, der braucht mal wieder so einen Push, wo er sagt, geil, ich hab jetzt mal wieder Tore geschossen und dann läuft das. Der ist erst 26. Und so ist der Marktwert komplett verbrannt. Also der war ja wirklich mal auch ein bisschen was wert. Das ist heute, kriegst du für den gar nichts mehr. Schau dir doch mal an, wie es mit dem Sonny Kittel ist. Das war jetzt auch kein Spieler, den Gott in die Welt haben wollte. Der hat sich aber zu einem ordentlichen Zweitliga-Spieler immerhin entwickelt. Und das ist doch aller Ehren wert und keine Ahnung, jetzt, ja keine Ahnung, er wird jetzt irgendwann mal, wenn er eine ordentliche Rückrunde spielt, vielleicht auch mal wieder in Liga 1 anklopfen, dann gibt es dann bestimmt so Duddel-Vereine wie, was weiß ich, Augsburg oder so, die sagen, wir können Stoffer verpflichten. Wir tauschen ja Rakota gegen Hinteregger. Ja, das ist auch eine Idee. Eins zu eins. Ein paar Euro hätten wir schon gerne noch für Rakota. Also wir nehmen Hinteregger plus drei Millionen. Vielen Dank. Grüße Jens Lehmann. Vielen Dank für das Video. Ja, genau. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn das jetzt mein Trainer wird, auch wenn es nur Torwarttrainer ist, der hat bestimmt viel Expertise, aber nachdem, also Torwart-Expertise, aber nachdem ich dem mal irgendwie bei Interviews zugeguckt habe, kann ich dem doch auch nichts mehr glauben. Was ist denn los mit ihm? Also das finde ich auch, das ist mit das strangeste Move der letzten Jahre. Gerade als Co-Trainer, das ist ja auch jetzt nicht einer, den du denkst. Er ist ja nicht Torwarttrainer, sondern er ist auch Co-Trainer. Nein, du denkst ja nicht, dass, okay, das ist ein schöner Teamplayer, so, wo du denkst, geil, ein Co-Trainer, der irgendwie die Arbeit macht, aber still ist, der polarisiert ja alleine durch seinen Blick. Wenn ich ihn schon sehe, werde ich aggressiv. Der ist halt auch doppelt so groß wie Baum, ne? Das sieht aus. Hier, stell die Hütchen da hinten auf, alles klar. Das wirkt sehr, sehr merkwürdig. Das wirkt fast so, als hätten die einfach, wirklich, die wollen den zum neuen Trainer machen und arbeiten den einfach, das ist so, wie wenn du deinen Job wechseln und sagst, du musst deinen Nachfolger eigentlich schon mal einarbeiten. So wirkt das ein bisschen. Aber ganz ehrlich, ich brauche definitiv mal einen Film über Jens Lehmann. Irgendwie ist das so ein ganz, ganz großes Mysterium des Fußballs, weil irgendjemand, der so unglaublich smart wirkt und es gar nicht ist, wenn du ihn dann reden hörst, ja, jemand, der so wirkt, als hätte er eine große Karriere und hatte er ja eigentlich auch gehabt und dann aber auch, dann hast du eigentlich auch nur Positives, was dann so bei London passiert ist, bei Arsenal, da war er ja zwischenzeitlich ja auch irgendwie einer, der Handlanger klingt jetzt zu negativ, aber irgendwie einer der Gefolgsleute von Arsene Wenger und war ja da ganz nah dran und war mit irgendwie gefühlten 100 Jahren immer noch im erweiterten Torwart-Team und so weiter und so fort. Da hast du echt viel Positives gehört, aber wenn du den dann mal anguckst und siehst dann so Statements von ihm und denkst, also keine Ahnung, das eine passt überhaupt nicht zum anderen. Schwierige Personalie. Finde ich auch, das ist so ein, das ist ein Typ, du hast das Gefühl, der hat irgendwelche unverarbeiteten Dinge, also der ruht nicht in sich selber, so ein ganz nerviger Typ so. Der ist in so einer Gruppe, wo alles in Ordnung ist, aber der weist dich dann auf Sachen, die vielleicht stimmen, aber die muss man auch jetzt nicht unbedingt erwähnen so. Keine Ahnung, wir treffen uns alle, Dennis erzählt, dass er ein Kind gekriegt hat und der erst sagt, hier Marvin, dann Schuhe ist auf. So ein, du denkst, das kann ja sein, aber lass uns erst mal freuen, dass das Kind da ist. Neh Marvin, Schuhe ist auf. Ohne Scheiß. Hä? Was flabberst du? Ohne Scheiß, auf einer einsamen Insel ist er derjenige, der Parkausweise austeilt. Genau so. Ja, genau so. Genau, genau. Also so, ja, der könnte in der Folge Lost mitspielen und dann der nervige Typ sein, der sagt, wir müssen jetzt hier alles organisieren. Lass mich erst mal verarbeiten, dass ihr den Flugzeug abgestürzt, süß. Merkwürdiger Typ. Schön, schön, schön. Aber gut, wir sind vom Thema abgekommen. Gleich, ist total, total unüblich bei uns. Ich habe den Marvin mit reingezogen. Seit er bei 3,90 jetzt ein Segment mit uns hat, ist der Marvin angefixt. Ja. Gut, dann müssen wir jetzt noch einen Ergebnistipp für das Dortmund-Spiel abliefern, nachdem wir ja schon über die Aufstellung gegrübelt haben. Herr Basti, fangen Sie doch mal an. Ich sage, die Eintracht verliert nach großem Kampf 2,1. Nach großem Kampf 2,1. Ich schreibe extra auf, nach großem Kampf. Bitte, das zählt dann auch einen Extrapunkt, wenn es wirklich so war. Vielleicht, das entscheiden wir demokratisch in der nächsten Woche. Nee, verlieren finde ich doof. Ich sage unentschieden, ich fand Marvins 3,3 gerade eben einen schönen Tipp. Marvin. Ja, eigentlich habe ich, ich habe ja schon mal 2,2 gesagt, also muss ich auch dabei bleiben, wobei ich natürlich auch nichts gegen eine 3,3 hätte. Aber lass mal zahlen. Und ich sage, wir gewinnen 3,2. Auch schön. Auch schön. Dieses Ergebnis beinhaltet den Kater am Sonntag schon. Ja, ohne Sinn. Heinrich gewinnt 3,2 und dann weißt du, okay, am Sonntag geht es mir nicht gut. Wer sich erinnert, war nicht dabei. Genau so. Das könnte natürlich auch passieren. Ja, ist alles, alles erlaubt. Gut, dann haben wir da auch Tipps und dann werden wir in der nächsten Woche nochmal gucken. Wir müssen natürlich der Vollständigkeit halber sagen, dass das Ergebnis gegen Bremen, das 2,2 letzte Woche von Basti korrekt gesiebt wurde an dieser Stelle. Sehr gut. Ja, der Vollständigkeit halber. Gut, dann machen wir weiter im Sendeprogramm und zwar mit eben jenem hier. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, und dann müssen wir, bevor wir zu neuen Nominierten kommen, noch auflösen. Und zwar nicht von der letzten, sondern sogar schon von der vorletzten Woche, wer da gewonnen hat. Ich sage euch nochmal, wer da alles nominiert war. Wir hatten den Herrn Kramer, der diesen wunderbaren Vergleich zwischen der Atmosphäre in Deutschland und nicht, also deutschen Fußballstadien und ausnahmsweise nicht Handball wie in der Zwischenzeit, sondern der Stimmung in den englischen Stadien angestellt hatte. Dann hatten wir den Herrn Richter, der für das Kneipensterben war. Dann hatten wir unseren Freund Franck Ribéry für seine Insta-Reaction. Da sieht man mal wieder, wie lange der ganze Kram schon wieder her ist. Dann hatten wir den Kapo von Raba Leipzig, der eigentlich Fußball gar nicht wirklich mag. Dann hatten wir Fortuna Düsseldorf für dieses Funkel-Ding und dann hatten wir noch Sammy Deluxe für seine Fußball-Interview-Geschichte. und gewonnen hat mit 25,6% der Kapo von Leipzig, der eigentlich gar kein Interesse an Fußball hat, aber trotzdem da jede Woche auf dem Zaun steht. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Sehr gut, sehr gut. Überraschend fast. Überraschend fast. Hart gefolgt auf Platz 2 jeweils mit 20,9% sogar 2 nominiert, nämlich einmal Düsseldorf und einmal Franck Ribéry. Okay, gut. Wen haben wir dieses Jahr? Genau, wir haben diese Woche wieder ein paar Nominierte. Bevor ich die jetzt aber hier alle vorstelle, wollte ich noch einen, aus persönlichen Gründen zwei Sätze loswerden. Und zwar in den Nominierungen waren wieder so zweifelhafte Menschen unterwegs auf Twitter, die irgendwie, wo man eigentlich ganz offensichtlich merkt, die wollen eine Menge Aufmerksamkeit oder die sind der Meinung, sie kriegen zu wenig Aufmerksamkeit. Und die kommen da mit so, ja, komischen Aussagen, die so leicht provokativ sind und ich sehe das jetzt so von Woche zur Woche, dass der eine oder andere da irgendwie drauf einsteigt und versucht vernünftig mit denen zu argumentieren und die lesen dann immer nur so ein Stück davon oder reagieren irgendwie auf Dinge, die niemals da gestanden haben und irgendwann endet es dann immer dadurch, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch teilweise da dann so ein bisschen davon leiten lasst und dann mit Dingen da um die Ecke kommt. Ignoriert diese Menschen doch einfach. Wenn die der Meinung sind, sie kriegen zu wenig Aufmerksamkeit, dann ist es wahrscheinlich auch so, dann ist es aber auch gut so. Lasst euch doch nicht immer von denen triggern. So, das wollte ich an dieser Stelle mal gesagt haben, weil es mir irgendwie auffällt. Ich habe keine Ahnung, wen du meinst, aber ich stelle dir zu. Ich weiß genau, wen du meinst. Die Leute brauchen es auch. Der hat auch einen sehr, sehr skurrilen Bart. Ja, jetzt fang nicht an, fang nun jetzt nicht an. Die Leute, die gemeint sind, du merkst es, die wissen, dass sie gemeint sind und die reagieren auch drauf. Ignoriert diese Menschen einfach. Ja, jede Minute, die ihr denen mehr Aufmerksamkeit schenkt als notwendig, bereitet euch Frust und denen viel Freude. Das ist es unterm Strich nicht wert. Jetzt kommen wir zu den Menschen, die es wirklich verdient haben, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sie so dermaßen komisch sind. Wir haben eine etwas ältere Nominierung von der Zambrine und zwar ein gewisser Guido, keine Ahnung, ob das sein tatsächlicher Name ist oder nicht, der bei Ja, es gibt keine Links auf irgendwelche Profile, von daher kann das natürlich auch Pseudonym, was auch immer sein, der bei 90min.de einen Kommentar zu diesem BVB-Tweet zu Commerz und so weiter einen Kommentar verfasst hat, der dann unter dem Strich sagt, ich verkürze es jetzt extra und absichtlich und auch so ein bisschen überspitzt, dass der BVB mit diesem Tweet quasi genau die Zielgruppe anspricht und unterm Strich zu Gewalt aufruft. Das war so das, was so zwischen den Zeilen da irgendwie rauskam. Ich bin nicht verstanden jetzt. Es gab doch diesen BVB-Tweet zu dieser Zehn-Jahre-Challenge so nach dem Motto heute und vor zehn Jahren zu Leipzig. Und da hat er quasi reingedings so nach dem Motto ja und damit triggert ihr genau diese Leute. Halt's Maul! Den musst du auch ignorieren, René, du kannst dich so ein Plädoyer halten und dann so eine Nominierung zulassen. Ja, da hast du wahrscheinlich an dem Strich auch recht. Ciao, Alter. Geblockt. Ist nicht Twitter, kannst du nicht blocken. Ja, da hast du natürlich recht, da habe ich nicht da genug. Jens Wolfsforum reg dich da auf. Nee, Wölfe haben wir diese Woche in der Tat nicht. Schön. Haben wir diese Woche nicht. Dann haben wir eine allgemeine Nominierung von Mr. Joe Fixit und zwar nominiert er alle Reporter, die krampfhaft uns immer wieder erzählen wollen, dass diese Ballermann-Klatschpappen- Stimmung beim Handball um Längen besser ist als beim Fußball und immer versuchen das zu vergleichen. Gute Nominierung. Unterstütze ich sehr. Was kann der Handball vom Handball und vom Handball lernen, die Welt und alle. Genau, das denkt sich auch der nächste Nominierte, der kommt von unserem allseits bekannten Joe2Go und zwar nominiert er Cem Özdemir, der natürlich auch beim Handball sagt und sagt, super Stimmung, keine Pyro, volle Action, keine Sekunde Zeit gehabt, aufs Handy zu gucken. Das ist ätzend. Dann lass das Handy doch ganz weg. Twitter das nicht oder schreib das nicht oder sag das nicht. Ja. Ich verstehe nicht, also diesen Reflex verstehe ich nicht, also diesen Reflex zu sagen, okay, ich war jetzt beim Handball, das hat mir gut gefallen, das ist ja schön, das ist ja nicht schlimm, also wenn man ja, wenn man dann rausgeht und dann irgendwie das vergleicht. Ich gehe doch auch nicht zu Burger King rein und schreie, McDonalds hat so geil geschmeckt, ha ha ha. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das der eine oder andere Der eine oder andere macht. Der eine oder andere macht. Der eine oder andere macht. Wo ich hier denke, das ist doch in Ordnung. Also diesen Reflex verstehe ich tatsächlich nicht. Du kannst doch auch gar nicht relaxen, du kannst doch gar nicht relaxen, wenn du immer eine Gegenposition irgendwie aufdrücken musst. Relax doch einfach mal und sag mir, gefällt es auf der Couch. Dann sage ich, ja, aber auf einem Pottis ist es auch gut. Ja, genau. Also mach, setz dich doch auf die Couch. Verstehe nicht. Also es ist ganz, ganz merkwürdig. Eben, so von wegen, ach geil, ich war den ganzen Sonntag auf der Couch. Ich bin den ganzen Sonntag rumgerannt. Jeder wie aus Frau. Ich jauche total penetrant in allen Netze teilen, dass wir 20 Kilometer mit Fantastik gelaufen sind. Das ist absurd. Lauf doch einfach. Lauf doch einfach. Nicht mit eurer Statistik. Meine Güte, alle. Ich merke, wir kommen dem ab. Geringfügig ist bei uns ja glücklicherweise noch nie zuvor vorgekommen. Ja, nee, also es ist schwierig. Das ist schwierig. Ich weiß nicht so genau. Rüße, ist ja jetzt vorbei. Jetzt kommt das Nächste. Ja, aber auf jeden Fall gut. Das Nächste, was uns beschäftigen wird, ist das Tempolimit. Das wird wahrscheinlich auch noch irgendwann in Zusammenhang mit dem Fußball gebracht. Ja, hast du schon mal Pyro dabei gesehen? Kommt bestimmt noch. Kommt bestimmt noch. Sehr gut. Ja. Wir werden bestimmt bald Mahnwachen für die Freiheit auf Autobahnen. Ja, ist von aus zu gehen. Und dann haben wir noch eine Nominierung auf Twitter bekommen von Cockroach 1978 und zwar nominiert der Ralf Rangnick, der zitiert wird hier in dem Foto, was dem Tweet angefügt ist, den er uns geschickt hat, wo Rangnick sagt, dass nur Dortmund und Schalke mehr Auswärtsfans haben als Raba Leipzig. Ich habe jetzt mal versucht, da zu recherchieren. Ich habe diesen Satz nur in einem drei Jahre alten Interview gefunden. Ich weiß nicht, ob er das jetzt irgendwo nochmal rausgezogen hat. Nee, das ist es. Vor drei Jahren war es eher dem. Ja, aber haben wir glaube ich bestimmt auch schon behandelt damals. Ja. Kleiner, man muss nicht alle alten Sachen immer hervorholen. Liebe Grüße, bitte. Hot take, würde ich sagen. Ja. Habt ihr noch weitere Nominierte? Ich muss echt sagen, ansonsten versuche ich mich wirklich nicht mit Domschwätzern zu beschäftigen aktuell. Das ist meine neue Taktik. Bei mir ist die Zambrine ein bisschen schuld. Ich habe ja schon mal gesagt, hat mir ein Buch geschenkt, wo drin steht, dass man sich nicht mit jedem Kram auseinandersetzen muss, gerade bei sozialen Medien. Das beherzeige ich momentan so ein bisschen. Hilft mir sehr und sorgt natürlich dafür, dass ich hier nicht voll beladen mit Material in diese Taktik reinstürme. Sehr gut. Fluch und Segen zugleich, aber die Hörer erledigen das ja. Also ich muss mich ja trotzdem dann mit irgendeinem Guido auseinandersetzen, der den Schuss nicht gehört hat. Von daher, alles beim Alten. Ja, also ich könnte jetzt höchstens das große Ganze irgendwie so ein bisschen kritisieren. Ich muss echt sagen, also manchmal wundere ich mich wirklich, und zwar google ich das jetzt, damit ich genau richtig sage, ich will ja hier keine Fehler einbauen. Und zwar habe ich mich sehr darüber gewundert, zum einen, kann man ja auch gar nicht mehr ernst nehmen, dass die Bild-Zeitung, ja, ich muss die Bild-Zeitung ansprechen, ich habe das schon länger nicht mehr gemacht, und zwar, dass die, das sind unsere Intelligenten, die klügsten Köpfe Deutschlands. Gut, dann hast du Slotterdeich, darüber kann man diskutieren. ja, gut, aber dann hast du halt ohne Flachs diesen unfassbar unsäglichen, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, jetzt habe ich den Namen vergessen, Tilo Sarrazin, ja, also ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn der zu den intelligentesten Köpfen Deutschlands zählt, dann ist halt auch echt, dann ist einiges im Argen, ja, aber... Aber kommen wir doch mal zu der wichtigen Frage, du sagst, das sind die klügsten Köpfe Deutschlands, ist da Dieter Bohlen dabei? Das weiß ich nicht, also ich habe... Wo denn, wer das denn bestimmt? Das ist ein... Wahrscheinlich ist das eine repräsentative Leser-Umfrage oder so. Ich weiß es nicht, aber es ist, also es ist absolut befremdlich, will ich meinen, ja, also ich meine nicht, dass man auf Bild-Rankings irgendwas geben kann, vielleicht haben sie jetzt Listicles auch gecheckt, nachdem sie irgendwie mal gehört haben, ja, das könnte ganz gut funktionieren, ist merkwürdig, ein bisschen befremdlich, was auch befremdlich ist und da muss ich sagen, vielleicht ist das doch ein Dummschwärzer der Woche, ähm, es gibt jetzt ein... Der Medienpreis des Bundestages gehört ja zu einem, einer sehr renommierten Auszeichnung für die Journalisten, ne, muss man schon sagen, aber weißt du, wer jetzt als Jury-Mitglied da drin ist, und den muss man ja schon mal, den muss man schon, schon mal irgendwie ein bisschen, naja, muss man schon ein bisschen ein Auge drauf haben, Donald Alfonso, der ein oder andere mag ihn kennen, also das heißt, so ein absoluter, so ein ziemlicher Rechtsaußen-Blogger, der früher auch mal, ich glaube, irgendwann mal in Frankfurt gewohnt hat, irgendwann mal für die FAZ geschrieben hat, aber dann selbst für die FAZ so peinlich wurde, vollkommen zu Recht, finde ich auch super so, und, ähm, mittlerweile ist er dann, ja, ist er jetzt bei der Welt und ist eigentlich ein ziemlicher Dummschwärzer, auch ein bisschen denunziant, aber, naja, für die Berufung, da reicht es, also fand ich ein bisschen abstrus, wollte ich nur mal kundtun, kann man, kann nicht vorstellen, kann man ehrlich gesagt nicht erklären, wie sowas stattfindet, aber gut. Kann man sich wirklich nicht erklären, aber Marvin, kurze Ergänzung zu dem Bildquatsch, ein Magazin namens Cicero wählt die Top 500 aller Interjekte in deutscher Sprache. Na, dann ist es immer gut, dass du mich aufgeklärt hast, gut, dass du mich aufgeklärt hast, das ist sehr gut, siehst du mal, ich bin sehr dankbar, dass du das jetzt hier so übernommen hast, weil das erklärt mir einiges. Cicero, übrigens, Dennis, für uns Lokalkolorit, eine der ehemaligen Chefredakteure vom Cicero kommt aus Gelnhausen und war an unserer Schule. Echt? Okay, sehr gut. Ja, weiß ich nicht, ob es gut ist, aber... Das wusste er jetzt unter euch aus, Mann, da halte ich mir ja. Ja. Aber da ist doch Sarrazin damals zum allerersten Mal aufgetaucht, oder? Ich meine. Da hat er, glaube ich, dieses Interview gegeben damals, wo er dann wirklich so ein bisschen auf die Landkarte gekommen ist. Ja, und dann ist das Buch geschrieben, ne? Nun ja. Das erste von zweien. Gut, wir wollen jetzt nicht so traurigen Themen wie Sarrazin beschäftigen, der Mann da kann seit Jahren nicht mehr gerade ausgucken, also insofern, und trotzdem noch SPD-Mitglied, aber ja gut, also gleich hat er nicht alles richtig gemacht in seinem Leben. Oder die SPD, je nachdem. So, damit haben wir ja eine Liste an Nominierten für diese Woche, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, was zu tun ist, geht auf eintracht-podcast.de, aktuelle Folge stimmt ab, und dann gucken wir nächste Woche mal, wie er das Rennen gemacht hat, und dann kommen wir von dummem Zeug zu positivem Zeug. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles, zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ja, diese Woche haben wir etwas geschickt bekommen von gleich mehreren Hörer und Hörerinnen, und zwar von Joe, von Chris und von Felix. Und zwar geht es um eine Aktion der Fans von Holstein Kiel. Situation ist, dass ein Fan schwer erkrankt ist an Krebs und jetzt wohl die Diagnose bekommen hat, dass das letzte Weihnachtsfest wahrscheinlich das letzte war, was er mit seiner Familie zusammen erleben durfte. Und er hat dann auf den sozialen Medien gepostet, noch einmal Mustang fahren, das wär's. und diesen Wunsch hat man ihm tatsächlich erfüllt und ihn quasi zu einer Mustang-Fahrt eingeladen. Allerdings nicht ohne noch irgendwie ein kleines Schmankerl hinten drauf zu setzen und zwar sind die dann durch eine Straße gefahren, wo über 200 Fans mit Bengalos Spalier standen. Ich hab mir dieses Video, was es dazu gab, bei Faszination Fankurve angesehen und ich hatte echt Tränen in den Augen. Also es ist eine grandiose Aktion, finde ich. zu Recht uns vorgeschlagen worden als gute Tat der Woche. Schön, ja. Wunderbar. Schön, dass du es mal reingebracht hast. Finde ich eine super Sache. Ich verlinke euch den Beitrag und dann könnt ihr dann auch mal reinklicken. Schaut's euch mal an. Cool. Ja. Ich glaube, da kann man auch nicht mehr zusagen. Ne, super. Auf jeden Fall schöne Sache. Guck ich mal nochmal an. Was ich auch schön finde, auch gute Tat der Woche. Leider läuft es gerade, sonst wäre ich auch ganz gerne mehr hingegangen. Und zwar ist das Eintracht Frankfurt Museum wieder umtriebig und die haben jetzt gerade eine Auftaktveranstaltung Frankfurt Theresienstadt eine Spurensuche. Für eine ganz nette Sache, dass die Eintracht auch jetzt sogar auch durch ein unabhängiges Konsortium ihre NS-Vergangenheit auch überprüfen lässt. Also die machen da viel sowohl in Vergangenheit als auch in Gegenwart. Also es ist eine feine Angelegenheit, wollte ich nur mal ganz kurz Finde ich sehr gut. Gucke ich mal, ob ich noch einen Link dazu finde, dann hänge ich den auch noch mit in die Show Notes. Vielleicht gibt es ja weitere Veranstaltungen. Ja, genau. Gucken wir mal ansonsten die Webseite und der Veranstaltungskalender des Eintracht Museum immer einen Blick wert. Und damit kommen wir ja dann quasi auch zu den Empfehlungen, wenn wir hier schon den Veranstaltungskalender des Eintracht Museum empfehlen, dann können wir da auch direkt weitermachen. Ich empfehle euch jetzt mal ungehört, die 100. Folge von 93. Ich habe es noch nicht geschafft. Wie viele Stunden habt ihr geschafft? Neun oder über neun Stunden, Basti? Neun Stunden, elf Minuten. Ach, großartig. Ist das Absicht mit 9-11? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Nein, aber ich fand es auch geil, als ich es gelesen habe, habe ich auch gesagt, das ist 9-11 der Podcast-Szene wahrscheinlich. Der nächste Shitstorm ist vorprogrammiert. Um Gottes Willen. Und wir reden über in gleichste Züge. Lieber nicht einschalten, liebe Hörer. Die spannende Frage ist ja, kommen Wölfe vor? Klar, sogar mit Marvin und wir haben uns sogar einen Experten für Tiere eingeladen. Marvin kommt, ist auch zu Gast in dieser Familiensendung, kommt uns kurz besuchen und erklärt uns, dass Wölfe eigentlich schon wieder out sind. Und was, wer der neue Wolf ist, könnt ihr in der Sendung sein. Wir haben uns, er ist im Segment mit mir und Axel, wir haben uns ungefähr eine halbe Stunde sehr, sehr amüsiert auf jeden Fall. Das ist heftiger Cliffhanger jetzt hier, muss ich sagen. Also, wenn ihr wisst, wer der neue Wolf ist, dann müsst ihr die 93-Folge hören. Was habt ihr denn noch an Empfehlungen? Ich habe gesehen, Dennis hat hier noch was in unser Sendungsdokument geschrieben. Ja, auf jeden Fall. Gerade die Tage gesehen, dass das gute alte Resident Evil 2 ein neues Remake davon erschienen ist. Gibt es gerade vor zwei, drei Tagen. Ich habe ein bisschen Gameplay-Content schon gucken können, selbst spielen konnte ich es noch nicht, aber sah sehr, sehr geil aus und wer, ich meine, es war in den 90er Jahren auf der Playstation 1 damals noch, Resident Evil 2 schon gezockt hat, richtig geil und auf jeden Fall empfehlenswert. Auch kein normales Remastered, sondern wirklich ein Remake, heißt nicht nur ein bisschen die Grafik verschönert, sondern wirklich komplett überarbeitet, also unbedingt spielen kaufen. Okay. Ich erinnere mich, damit habe ich meinen ersten Controller kaputt gemacht mit dem Spiel, weil ich so sauer war, weil ich an einer Stelle nicht weiterkam und da war ich irgendwann so weit, dass es fast geschafft hat und dann hat es wieder nicht geklappt. Ja, ich kann mich bei dem... Der Controller hat die Heizung geflogen. Ich kann mich da noch daran erinnern, wir wollten damals unbedingt bei einem Kumpel, da hatte sich der Vater so eine neue 5.1 Dolby Surround-Anlage gekauft, die wollten wir unbedingt testen mit dem Spiel. Abends alle Lichter ausgemacht, Nachts und dann hörst du in der Tat, wie hinter dir aus dem Subwoofer dann diese blöden Zombies da ankommen. Geil. Wir haben das Licht ziemlich schnell wieder angemacht. Das war schon sehr creepy. Aber gut, du weißt, die Person, die dich dann angetatscht hat, das hat aber nichts damit zu tun gehabt, dass du eine Surround-Anlage hattest. Ja. Hallo. Das mag... Vielleicht war ein Clown auch dabei. Oh je, oh je. Nun ja, trauriges Thema, aber lustiger wird es auf jeden Fall und zwar mache ich das jetzt ganz oldschool hier, wie so Twitter-Empfehlen und zwar Follower-Empfehlung und zwar Uwanga Mabubu ist einer der geilsten Accounts, die ich in der letzten Zeit kennengelernt habe. Was für ein Ding? Der heißt Uwanga Mabubu. Supergeiler Typ, ja. Also so, so lustige Tweets, ja. Es gehört so ein bisschen aus dieser, ja, so ein bisschen loseres Titanic-Umfeld, würde ich mal meinen, ohne dass ich das wüsste, aber allein von diesem Humor sehr, sehr lustig und während der ein oder andere mir, Twitterer mir die Schamesröte in das Gesicht zaubert, ist er derjenige, der mir das Lächeln ins Gesicht zaubert. Kann man auf jeden Fall mal folgen. Total verquerer Typ und gerade in der letzten Zeit, ich weiß nicht, ob ihr es ja so mitbekommen habt, da gab es so eine, so eine, ja, fast philistische Debatte, Nazis rein oder raus? Erinnert euch, ja, ja, genau. Und dann hat er so irgendwie zwei Tage später geschrieben, ja, bin so nach langem hin und her überlegen zu dem Gedanken gekommen, dass unter Hitler doch nicht alles gut war, weißt du, so total, einfach so, weißt du, hat so gedacht, ja, weißt du, so einfach das Ganze passiviert und das fand ich so, so gut und sowas haut er ständig raus. Also, und er hat mir übrigens einen ganz guten Tipp gegeben, also nicht er direkt, also er hat mir jetzt nicht mit mir geschrieben, aber ich habe es gelesen, und zwar, dass Basti sich in Zukunft vielleicht doch mal, wenn er nach neuen Kuriositäten umsuchen will, mal bei change.org umschaut, da gibt es eine Reihe sehr verwegener Petitionen. Ich wollte gerade sagen, das ist auch hier dieses Petitionsding da, ja, genau. Da werde ich auf jeden Fall mal reinlesen. Da gibt es aber bestimmt auch was zu den Wölfen, oder? Guck hier, zum Beispiel, zum Beispiel fordern einige Leute, Revival der Pizza, der Bistro-Pizza Krosser, ja. Oh, Hilfe. Oder hier, ähm, ja, Hass stoppen, löscht den, den und den YouTube-Kanal, was gibt es noch? Ja, da gibt es. Stoppt den, ja, Erhalt des Piraten, Abenteuer-Spielplatz in Hemsbach, Standort Kieferweg. Naja gut, das ist ja vielleicht noch ganz sinnvoll, also keine Ahnung, also ich kann ja nicht zu jedem was sagen, oder hier, Brief an die Bundeskanzlerin persönlich, sehr gut, ach, da gibt es so viele Wutbürger, super, super. Also ich denke, also ich denke, da ist auf jeden Fall, oh ja, geil, wir wünschen uns eine vegane Kochsendung bei ARD ZDF, super, Petition, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich finde sieben Seiten mit Petitionen zu dem Stichwort Wolf, Basti. Was wird da so gefordert, kannst du mal ein Beispiel nennen. Der Wolf Pumpack muss leben, der Wolf gehört zu Deutschland, mit dem Menschen für den Wolf. Was gegen den Wolf noch? Der Wolf gehört zu Österreich, okay, die sind raus. Der Wolf muss nach Österreich raus hier. Wir verlangen eine lückenlose Aufklärung über die Erschießung des Wolfs Zottel. So, also jetzt kommst du, ja. Ach, du ahnst das. Hier, Frau Bundes-, ne, Frau Verteidigungsministerin, bewässern Sie deutsche Kartoffeln, ehe es zu spät ist. Oh, da, da habe ich noch eine Entschuldigung. Ich liebe die Seite. Ja, großartig. Danke dafür. Bewässern Sie, bevor es zu spät ist. Also, Marvin empfiehlt change.org. Ich, wenn wir schon bei wirklich absurden Dingen sind, dann empfehle ich auch noch einen Twitter-Account. Und zwar heißt er add mascot silence, hat zusammengeschrieben mascot and silence. da gibt es Bilder, wo Maskottchen diverser Vereine tatsächlich an Schweigeminuten teilnehmen. Guck mal. Geht mal bitte gerade drauf. Ja, Moment. Die Sonne, die Sonne. Aber guck mal silence. Diese Wut erfüllt. Aber guck mal, mein Lieblingsbild, geht mal runter. Vor fünf Tagen wurde es gepostet, wo der Fisch, wo der Fisch da steht. Als wäre das an sich nicht schon lustig genug, wie der Fisch schaut. Überlegt euch, das ist eine Schweigeminute. Der Rudi ist gestorben, wir erinnern uns an den Rudi und dann steht ein Grinses-Maskottchen daneben. Wer da sein Go gegeben hat, frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Ja, aber er leint schon das Erste hier. Was ist denn das irgendwie hier? Super Hit mit Bommelmütze oder was ist das da? Keine Ahnung, auch dieser dubiose Typ mit dem Hut. Geht mal auf das Bild, es ist so ein menschenähnliches Ding mit dem Hut. Geht mal auf das Gesamtbild und dann schaut ihr den blonden Spieler an, der dritte Spieler, der neben ihm steht. Der ist glaube ich auch nicht so einverstanden damit, dass der Maskottchen mit auf dieser Schweigeminute ist. Zumal das Maskottchen ja auch tatsächlich, die grinsen ja. Also ich weiß nicht, ob das dem Anlass entsprechend ist. Das ist so gut. Ist auf jeden Fall, es geht noch nicht so viel. Was ist das andere denn da? Der Wombles auf Wimbledon. Was ist denn das, eine Maus oder was, die da so abseits steht? Ach, du ahnst es nicht. Hilfe noch eins. Großartiger Twitter-Account. Sofort folgen. Also das Geile ist, diesen Wombat, der da abseits steht, der hat auch eine super Körperhaltung, muss man sagen. Der guckt auch total begeistert. Kommt jetzt sofort auf meine Favoritenliste. Mega. Ja, sofort folgen. Aber die Sonne, die Sonne ist, also die Sonne ist wirklich super. Ja, vor allen Dingen, weißt du, so eine wütende Sonne. Irgendjemand ist gestorben. Okay, jetzt haben wir eh schon über alle gesprochen. Also was ich auch ganz geil finde. Aber es hat doch irgendwann aus dem Kindergarten genäht, das Ding. Der allererste Tweet, guckt euch mal bitte den allerersten Tweet, von dem anderen, da ist doch dieses grüne Ding da mit dem Hut. Der guckt ja, seht ihr das? Das grüne Ding mit dem Hut? Ja. Der allererste Tweet. Ganz unten. Der guckt ja auch auf den Boden. Also der will ja zumindest zeigen, dass er auch traurig ist. Das Gesicht sagt allerdings was anderes aus. Das Gesicht, wenn man das Gesicht sich genau anschaut, würde ich nicht ausschließen, dass er was mit dem Ableben der Person zu tun hat. Wie hat er gedacht? Den Gedanken hat er auch gerade. Er guckt sehr schuldbewusst nach unten so. Höhöhöhö, Naja, also hervorragender Account. Hervorragend. Hervorragend. Ah, sehr gut. Und jetzt haben wir auch noch ein paar Sachen, ein paar User-Infos reinbekommen. D.P. hat uns dazu geschrieben, Spuren, Terezin, da finden wir was dazu. Das können wir auf unserer Seite verlinken. Genauso auch, wie die Taunus-Sappel geschrieben hat. Finde ich auch eine ganz sinnvolle Sache, eine stabile Angelegenheit, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Leckerlis. Genau, vielen Dank für die Leckerlis. Grüße. Die Nummern des Kältepusses. Ja, wichtiger Punkt, ja. Ist scheiße kalt draußen, gibt Leute, die haben es nicht so gut und können wieder Dennis in seiner Badewanne die ganze Zeit liegen, ja, also insofern, insofern, finde ich eine stabile Angelegenheit. Ja, ansonsten empfehle ich natürlich noch den neuesten Ringfuchs-Podcast, denn wir haben eine Euro-Wrestling-Sektion. Ich wollte gerade sagen, ihr bekommt Zuwachs, habe ich. Geiles Logo. Ja, auf jeden, hat sie selber gemacht, hat die Luisa gemacht und die ist sehr eloquent, die weiß Bescheid. Kennt sich im europäischen Wrestling wunderbar aus, da legen wir ein bisschen mehr den Fokus drauf, alle zwei Wochen. Der Euro-Catch-Vision ein extra trashy-Titel genommen, damit es im Gedächtnis bleibt. Genau. Das ist das, was ich noch sagen kann, ansonsten bin ich von meiner Seite aus erstmal unschlossglücklich. Leider hat der Fußballgott gespielt, aber nicht gewonnen, sehe ich übrigens gerade. Zuspielte eingewechselt worden. Ja. Also gut, er ist eingewechselt worden, danach ist Gegentor gefallen. Schwierig. Ja, kann man machen. Ja, naja, was soll man machen? Aber das wird noch gut. Glaubt ihr, glaubt ihr eigentlich wirklich, dass an der Sache Real und Jovic was dran ist? Fällt mir gerade noch ein. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, der wechselt in anderthalb Jahren nach Barcelona. Ich habe halt echt so ein bisschen, ich habe halt jetzt echt so ein bisschen Angst, weil selbst die AAS das jetzt aufgegriffen hat. Das ist ja doch eine einigermaßen seriöse Zeitung. Also ist jetzt so ein Winter jetzt mit Jovic abgegangen? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Es gab ja auch Gerüchte, dass Rebic jetzt noch schnell nach England soll. Aber das glaube ich nicht. Das wäre, das wäre wirklich Selbstmord jetzt so kurzfristig, weil man auch keinen Satz findet. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass die drei, also das wäre auch fahrlässig, glaube ich, wenn die drei nicht in jedem Scoutingbuch stehen würden, beziehungsweise mittlerweile Laptops wahrscheinlich. Die haben sich mittlerweile in den letzten anderthalb Jahren in jeden Laptop geschossen, glaube ich. Also das ist auch ganz normal. Wir sind uns auch, geben uns glaube ich auch alle nicht der Illusion, dass sie hier ewig bleiben. Ich hoffe aber sehr, 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 dass irgendwann die 30 Millionen Euro Grenze zumindest mal fällt, was Spielerverkäufe betrifft. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich. Glaube ich, hoffe ich auch. Mit Zeit. Höchste Zeit. Na, eine Petition starten. Hätte ich 30 Millionen verkossen. Change.org. Also, als du gerade eben hier bei Change.org, da muss ich noch ergänzen, dieses Thema mit der Kartoffel erwähnt hast, ist mir wieder in Erinnerung gefallen, dass es ja jetzt auf YouTube den Finalbeitrag von Christian Helms vom Reporter-Slam zu diesem Interview mit einer Kartoffel die Hintergrundgeschichte Beitrag gab. 14 Minuten auf YouTube ist sehr lustig erzählt. Könnt ihr euch auch noch mal antun. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe schon gedacht, es wäre ein frecher Hinweis von dir, dass ein paar Kartoffeln da sitzen, hätte es auch Fußball 2000 verlinkt. Ja, da saß mindestens eine faule Kartoffel mit dabei. Ja, ich merke schon, der Heed is on. Ja, der Heed is on. Der Heed is on. Definitiv. Wenn wir schon gerade an der Stelle sind, ganz klares Bekenntnis, Team Red. Alles andere zählt nicht. Sehr gut. Könnt ihr da auch noch mal hingehen und in die Kommentare schreiben. Ja, sehr gerne. Kommentare bei Fußball 2000 sowieso immer sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Große Empfehlung. Ja, ich würde sagen, damit machen wir dann hier auch mal langsam, aber sicher den Sack zu. Ihr habt ja jetzt einiges von uns empfohlen bekommen, mit dem ihr euch noch beschäftigen könnt, wenn ihr mit dieser Folge jetzt gleich durch seid und dann noch die 9 Stunden, 11 Minuten, 93 gehört habt. Dann haben wir noch eine ganze Reihe von anderen Dingen, die ihr euch danach anhören, ansehen, durchlesen könnt. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Allen viel Spaß am Wochenende im Stadion gegen den BVB. Genießt es einfach. Genießt es. Wird geil. Stimmung, Stimmung. Power. Ja. Party. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Alter. 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 Hey, hey, that kind of on board. Hey, 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 that kind of on board. Hey, 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 that kind of on board. Mehr hatten wir jetzt auch noch nicht. Very merkwürdig. Passi, du bist so still, das macht mir Sorgen. Warte, Harre der Dinge, die da kommen. Ich will hier nicht in den Vorgang eingreifen. Achso, ich dachte, das ist bei dir die dieswöchige Podcast-Müdigkeit nach 13 Stunden. Das stimmt allerdings. Nächste Woche Pause, 93. Nächste Woche kein 93. Nee, wir lassen die zwei Folgen jetzt erst mal zwei Wochen rumwabern. Das ist eine gute Idee. Solange brauche ich wahrscheinlich auch, um sie zu hören. Ich habe noch keine Sekunde davon angefangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe nichts davon geschafft. Ja gut, dann mache ich jetzt mal den Livestream an und dann gucken wir gleich mal, ob hier Senior Marvin noch irgendwie da zukommt. Großes Panone. So, lassen wir den Chat mal testen, ob der Stream da ist. Da wird er mir zumindest schon angekündigt. Das klingt doch schon mal gut. Wenn der Chat jetzt eine positive Rückmeldung gibt, dann könnten wir das noch vertwittern und dann können wir schon mal anfangen, während Marvin noch versucht. Ja, hervorragend. Joe ist hier wieder ganz vorne mit dabei. So, dann haben wir mal den Tweet noch raus. Wir sind live ohne Ankündigung, aber als Treue. So, dann haben wir das Ding ja noch auf dieses Twitter. Was sind wir 337? Ja, 337, ja. Very old. Whoops. Ja, dann mache ich mich hier noch ein Ticken lauter. Ich bin so leise. Warum bin ich denn so leise? Bei mir kommst du gar nicht so leise rüber. Ja, aber irgendwie ist hier... Der Ausschlag vom Pegel gar nicht so groß. Also, der am Computer, mein Pegel, ist einwandfrei. Ich habe einen einwandfreien Pegel. Sehr gut. Ja, wobei ich glaube, bei 600er Ibo noch irgendwie Alkohol drauf. Das ist so semi-optimal. Das habe ich schon oft gemacht. Das ist geil. Da brauchst du nicht so viel trinken. Das lohnt sich eigentlich. Ja, richtig. Ich kenne es normalerweise in der Reihenfolge. Erst den Alkohol und dann die 600er Ibo drauf, so als Vorsorge abends. Sehr gut. Aber die andere Reihenfolge habe ich noch nicht probiert. Aber vielleicht mache ich das gleich mal noch. Ich habe noch eine große Flasche... Wird ein günstiger Abend, ja. Ich habe noch eine große Flasche Tonic da und noch eine halbe Flasche Gin. Da geht noch was. Einzige Problem ist, dass morgen früh um sechs war der Wecker wieder klingelt. Ich glaube, das ist so semi-optimal. Nach dieser Ankündigung kommt eine Krankmeldung morgen früh auch schlecht. Krankmeldung kommt bei uns momentan sowieso schlecht. Aber gut. Anderes Thema. René, selbst wenn du krank bist, jetzt wirklich und dein Rücken morgen zumacht, du hast dich jetzt in eine schwierige Situation gebracht. Ja, das ist richtig. Aber das ist ja mein Problem. Sonst hätte ich mich die letzten zwei Tage mit dem Rücken ja auch schon irgendwie zu Hause niedergelegt. Ich sitze ja dann trotzdem. Ich bin ja trotzdem so blöd, haue mir irgendwie drei Schmerztabletten rein und setze mich hier hin und bin ja dann trotzdem am Arbeiten. Kannst du eigentlich auch keinem erzählen. Das ist ja nötig von dir. Ja, nee. Eigentlich ist es sehr bescheuert von mir. Weil es bringt halt unterm Strich auch nichts. Aber gut. So, komm. Dann. Gut. Hauen wir jetzt hier in die Tasten und gucken wir mal, ob wir dann gleich Dr. Marvin noch irgendwie hier mit unterkriegen. Ansonsten muss er uns per WhatsApp schreiben und wir müssen es einfach immer vorlesen. Sehr gut. Genau. Das ist die einzige andere Variante. Muss einer von euch muss dann die Stimme und die Lache von Marvin nachmachen. Wir würfeln dann aus, wer. So. Gut. Abfahrt. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020